Wenn ich mir die Sommerkonstellation so anschaue, sehe ich vor meinem inneren Auge Urlaub, Strand und Romantik. Wir haben tolle Liebessterne und einen hohen Spaßfaktor im Juli. Gleichzeitig gibt es aber auch ein paar kosmische Anspannungen, worauf wir uns freuen dürfen, worauf wir achten müssen und wie sich die Konstellationen auf die 12 Sternzeichen auswirken. Darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. In diesem Video wollen wir uns die sommerlichen Konstellationen im Juli anschauen und die sind vielversprechend. Die Timecodes zu eurem Sternzeichen nachher und zu anderen wichtigen Inhalten findet ihr unter dem Horoskope-Shop in der Videobeschreibung. In diesem Monat sticht besonders hervor, dass sich die Liebesplaneten Venus und Mars im feurigen Löwentreffen. Das verspricht Vergnügen und Sinnlichkeit, Sport und Abenteuer, also ideale Sommerkonstellationen und auch Urlaubskonstellationen. Und wir haben noch eine Besonderheit. Diesen Monat Lilith, die Göttin der wilden Weiblichkeit, wechselt das Zeichen und geht in die Zwillinge. Auch Chiron ist hervorgehoben. Er wird nämlich im Juli rückläufig und die Sehnsucht nach Heilung tritt dadurch besonders hervor. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch ein paar Neuigkeiten und auch wieder Geschenke für euch. Neu sind meine PDF-Produkte rund um dieses Monatshoroskop. Ihr könnt nämlich jetzt das Skript zu eurem eigenen Sternzeichen oder auch das komplette Monatshoroskop mit allen zwölf Sternzeichen und der kosmischen Schwingung gegen eine kleine Gebühr als PDF herunterladen. Dann könnt ihr alles noch mal nachlesen. Das ist vor allem auch wichtig für die ganzen Daten und Zeitangaben, die ich euch hier gebe. Und in der schriftlichen Version der kosmischen Schwingung bekommt ihr zusätzlich noch eine Auflistung aller wichtigen Konstellationen des Monats. Und außerdem stelle ich auch weitere wichtige Themen, die immer wieder vorkommen, als PDF zur Verfügung. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Auch diesen Monat habe ich wieder ein Geschenk für euch. Und zwar aus Anlass von Liliths Zeichenwechsel verlose ich hier ein Exemplar der neuesten schönen Taschenbuchausgabe auch im neuen Format meines Buchs Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau mit persönlicher Widmung. Genaueres, wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos im Serviceteil. Und hier ist meine glückliche Gewinnerin aus der Verlosung vom Juni. Ein schriftliches Partnerhoroskop geht an Kathi Ritsch. Herzlichen Glückwunsch, liebe Kathi. Bitte melde dich unter der unten angegebenen E-Mail-Adresse, damit wir dir dein Horoskop zuschicken können. Jetzt wollen wir uns die kosmischen Energien im Juli anschauen. Wir starten in den Monat mit echten Sommerkonstellationen. Die beiden Liebesplaneten Venus und Mars stehen im feurigen Löwen und das bringt Lust, Leidenschaft und Spaß an Partys, Abenteuern und sportlicher Betätigung. Diese Aspekte gehen auch oft einher mit heißem, schönen Wetter. Wobei anfangs wird die Stimmung wohl noch ziemlich gewittrig sein. Zumindest kosmisch und aktuell sehen wir das ja auch schon beim Wetter. Denn es gibt einige kosmische Spannungen zu beachten, die sich Ende Juni aufbauen. Der schwierigste Aspekt ist wohl das Quadrat zwischen Mars und Uranus. Das ist ein klassischer Unfall- und Verletzungsaspekt. Außerdem bildet der Mars auch eine Spannung zu Saturn und hier Saturn und Uranus stehen ja auch immer noch im Quadrat und das alles zusammen ergibt dann hier dieses Spannungsdreieck. Saturn, das ist der strenge Zuchtmeister. Der prüft und er legt uns Grenzen auf und er verwaltet die eingefahrenen Strukturen. Und dagegen steht Revoluzza Uranus mit seinem Wunsch nach Freiheit und unkonventionellen Methoden. Ich mache mir immer noch Sorgen, dass es nach sämtlichen Lockerungen der Lockdowns und so weiter nochmal ein böses Erwachen gibt, wenn wir nicht weiterhin aufpassen. Dieses Quadrat lockert sich zwar im Laufe des Julis wieder, aber es wird dann nochmal im Dezember ein letztes Mal scharf. Und erst danach werden wir wissen, wo wir stehen und welche Freiheiten wirklich echt sind und welche Grenzen wir auch weiterhin einhalten müssen. Also aktuell ist jetzt vom 27. Juni bis zum 7. Juli eine heikle Phase, wo wie gesagt der Mars dieses ganze Quadrat nochmal zündet. Im privaten Horoskop gehen wir am besten damit um, indem wir achtsam sind und uns Zeit nehmen, Hektik vermeiden und keinen Druck auf uns selbst und andere ausüben. Der kritische Bereich der Konstellation ist zwischen 11 und 16 Grad in den fixen Zeichen Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann. Also wenn ihr da eure Sonne oder andere persönliche Horoskopfaktoren stehen habt, müsst ihr besonders aufpassen. Auch die Venus läuft ja durch den Löwen und muss ebenfalls diese Aspekte absolvieren. Venus steht für Liebe und Beziehungen und auch für unsere Werte. Insofern kann diese Zeit auch kritisch sein für Beziehungen, in denen es bereits kriselt. Da kann es dann in der ersten Juli-Hälfte zum Bruch kommen. Deshalb rufe ich an dieser Stelle nochmal die 90-Sekunden-Regel ins Gedächtnis. Das ist eine wunderbare mentale Übung, um in Konfliktsituationen in der eigenen Mitte zu bleiben und sich nicht von Gefühlen von Ärger, Wut und Zorn mitreißen zu lassen. Und die treten halt besonders viel auf, wenn eben solche Maßspannungen herrschen. Die genaue Beschreibung dieser Übung, was der wissenschaftliche Hintergrund ist, wie sie funktioniert und so weiter und warum sie so wichtig ist, das könnt ihr euch jetzt auch als PDF-Dokument zum Nachlesen runterladen. Das habe ich halt auch gemacht, weil ich diese Regel immer wieder anspreche und dann könnt ihr euch da informieren. Auch finanziell hat die Zeitqualität so ihre Tücken und zwar bis zum 10. Juli. Da sollte man möglichst nicht um Geld streiten. In euren Beziehungen wäre mein Tipp, immer alles genau zu besprechen. Es wäre keine gute Idee, das gemeinsame Konto im Shoppingrausch zu plündern, ohne sich darüber mit dem Beziehungspartner oder Partnerin abzusprechen. Diese Art Spannungen legen sich aber nach dem Neumond wieder. Und der Neumond im Krebs ist am Samstag, den 10. Juli um 3.16 Uhr, also eigentlich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Das ist ein sehr schöner und romantischer Neumond. Und wenn ihr in dieser Zeit in Urlaub seid, empfehle ich euch eine Neumond-Meditation am Strand oder an einem Gewässer. Das wird euch sehr inspirieren. Und weil der Neumond auf ein Wochenende fällt, kann man natürlich auch zu Hause schauen, ob man sich eine romantische und magische Neumond-Phase gönnt. Meine Tipps für die Neumond-Themen und Meditationen für die einzelnen Sternzeichen gibt es dann halt nachher in den Sternzeichen-Videos. Und die Inspirationen, wie ihr ein persönliches Ritual gestalten könnt, gibt es jetzt auch als PDF zum Nachlesen. Am Tag nach dem Neumond geht der Merkur spätabends in den Krebs, nachdem er aufgrund der Rückläufigkeit fast neun Wochen in den intellektuellen Zwillingen verbracht hat. Das werden wir in den drei Wochen darauf spüren. Die Kommunikation wird empathischer, es wird mehr aus dem Bauch heraus gedacht und über Gefühle gesprochen. In der Woche nach dem Neumond ergeben sich gute Möglichkeiten für Aussprachen und einen zärtlichen und innigen Austausch. Die Zeit sollten wir dann auch nutzen, um mit den Menschen, die wir mögen und lieben, auf Tuchfühlung zu gehen und in enger Abstimmung zu bleiben. Denn vom 15. bis zum 19. Juli wird die Sonne im Krebs hier Pluto im Steinbock gegenüber aktivieren. Und das sind dann sehr intensive und tiefschürfende Tage. Gleichzeitig wird am 15. Juli auch Chiron, der verwundete Heiler, rückläufig und entfaltet dadurch besonders starke Kräfte, nämlich die Sehnsucht nach Heilung. Da bleibt nichts an der Oberfläche, sondern Erlebnisse und Gespräche gehen unter die Haut. Schaut mal, was ihr in diesen Tagen vorhabt und nehmt euch vor, besonders achtsam durch die Welt zu gehen. Denn dann sind die Kräfte des Wandels und der Transformation am Werk. Alte Verletzungen können hochkommen und wollen angeschaut werden. Und durch den Merkur im Krebs reagieren die Menschen auch tendenziell sehr empfindlich auf das, was gesagt wird und auch darauf, wie es gesagt wird. Schnell hat man durch eine unbedachte Äußerung bei jemandem ein altes psychologisches Problem angetriggert und schon steht ein großes Drama im Raum. Deswegen wäre meine Idee für diese Tage neben Achtsamkeit auch, dass wir liebevoll auf unser Gegenüber eingehen und gut zuhören, dass wir uns und andere nicht unter Druck setzen und dass wir tolerant bleiben und auch andere Meinungen zulassen. Sonst kann es zu sehr hitzigen und möglicherweise auch verletzenden Diskussionen kommen. Wenn wir die Zeit aber achtsam handhaben, dann können wir viel innere und äußere Entwicklungsarbeit leisten. Davon abgesehen verheißen aber Venus und Mars im Löwen Partystimmung, Liebeslust und Lebensfreude und die kann eindeutig auch heilende Wirkung haben. Am 18. Juli haben wir einen wichtigen Energiewechsel. Dann geht Lilith, die Göttin der wilden Frauen und der instinktiven Urkraft, für neun Monate ins Zeichen Zwillinge. Das ist eine sehr interessante Kombination, denn die Zwillinge sind ja das Zeichen des Intellekts, der Sprache und der Schrift und Symbole. Und wenn da jetzt die urige Kraft der Lilith hineingelenkt wird, dann ist das eine ganz spannende Zeit für alle, die mit Worten, Sprache, Zaubersprüchen und magischen Symbolen arbeiten. Denn die Worte, Symbole und Zahlen werden dann sozusagen mit der instinktiven Urkraft der Lilith aufgeladen. Deswegen habe ich dieses Bild hier gewählt. Eine Frau mit scheuem, aber gleichzeitig intensiven Blick, deren Körper von geheimnisvollen Mustern und Symbolen bedeckt ist. Ich habe das schon ganz lang in meiner Sammlung und als ich anfing über Lilith in den Zwillingen nachzudenken, fiel mir eben dieses Bild wieder ein und dann habe ich gesucht und es wiedergefunden. Ich finde, das drückt diese Kraft gut aus. Der neue Lilith-Transit wird auch gesellschaftlich einen wichtigen Einfluss haben. Lilith trifft sich Anfang September mit dem Mondknoten und beide befinden sich ja dann im Luftzeichen Zwillinge. Das können wir als Hinweis deuten, dass beim Eintritt ins Luftzeitalter auch die Stimmen der weisen Frauen gehört werden müssen. Lilith ist auch die Schutzpatronin der KünstlerInnen und alternativen Szene, vor allem wenn diese mit ihrer Kunst auf Missstände hinweisen oder unbequeme Wahrheiten aussprechen. Insofern kann es auch ein sehr interessanter Kultursommer werden. Lilith in den Zwillingen steht für Zaubersprüche und die Kraft und Fähigkeit, die Dinge beim richtigen Namen zu nennen. Das ist ein schöner Einfluss gleich zu Beginn der Luftepoche und ich hoffe, dass Lilith sich Gehör verschaffen kann. Alles über Lilith in den Zwillingen und was der Transit für die zwölf Sternzeichen und Horoskophäuser bedeutet und das Kapitel über Lilith in den Zwillingen aus meinem Buch, das findet ihr in meinem neuen Dossier zu dem Durchgang von Lilith durch die Zwillinge als PDF. Und wenn ihr jetzt denkt, Luftepoche, was ist die Luftepoche? Dann schaut euch doch auch noch mal das Video von Christoph Niederwieser und mir an, Aufbruch in die Luftepoche. Da haben wir das alles erklärt und das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Der nächste wichtige Übergang im Juli ist am 22. Dann geht die Venus aus dem heißen Feuerzeichen Löwe ins Erdzeichen Jungfrau und kühlt dann gewissermaßen ab. Das heißt, in Liebesangelegenheiten rücken in den kommenden drei Wochen praktische Erwägungen mehr in den Vordergrund und die Gefühle sind vielleicht nicht mehr ganz so romantisch und überschwänglich. Das wird allerdings wieder ausgeglichen, weil nämlich am selben Tag, am 22. Juli um genau 16.26 Uhr, die Sonne dieses Jahr in den Löwen geht und dann erneut für eine Welle von heißer und leidenschaftlicher Energie sorgt. Bei den meisten Menschen werden dann für vier Wochen die Vitalität und Lebensfreude angeregt. Interessant ist, dass wir in den Tagen bis zum Vollmond am 24. Juni eine Art Göttinnenkonflikt zwischen Lilith und Venus haben. Das sieht man hier und da ist auch Übertreiber Jupiter mit eingebunden. Da kann es dann zu einem größeren Liebesdrama kommen, bei dem vielleicht auch hohe Erwartungen im Spiel sind. Man hat dann vielleicht viele kreative Ideen gemeinsam, aber kann nicht so recht zueinander kommen, sich nicht einig werden oder man hat zu unterschiedliche Wertvorstellungen. Vielleicht gibt es auch Probleme mit Konkurrenzsituationen zwischen Frauen. Darauf bin ich in den Sternzeichen-Videos noch näher eingegangen. Diese Anspannung dauert aber nur wenige Tage bis zur Vollmondphase. Der Vollmond im Wassermann entfaltet sich am stärksten in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 24. Juli und wird exakt um 4.36 Uhr in der Früh. Die Mondin verbindet sich dann hier mit Lilith, dann haben wir erneut eine doppelte Göttinnenkraft, aber diesmal in Harmonie und die steht sehr günstig für kreative und unkonventionelle Menschen. Wenn ihr euch für Magie und Symbole interessiert, könnt ihr diese Vollmondphase und das Wochenende wunderbar nutzen, um in einem Ritual mit der Kraft der Symbole zu experimentieren, die durch Lilith geweckt wird. Welche Themen im persönlichen Horoskop sonst noch vom Vollmond aktiviert werden, darauf bin ich in den Sternzeichen-Horoskopen eingegangen. Ende Juli gibt es noch mal einige wichtige energetische Übergänge. Am 28. geht der Merkur in den Löwen. Die Kommunikation wird dann selbstbewusster, Diskussionen werden lebhaft und intensiv. Wir reden gerne über unsere großartigen Vorhaben und überhaupt darüber, wie toll wir sind. Und es macht das Denken auch sehr kreativ. Am selben Tag geht Jupiter nach seinem Ausflug ins Zeichen Fische wieder zurück in den Wassermann. Dort bleibt er dann bis zum Jahresende und wir können wieder an Projekte und Vorhaben anknüpfen, die wir im Frühjahr begonnen haben. Und ich rechne dann auch damit, dass sich neue Möglichkeiten und erste Errungenschaften der Luftepoche zeigen werden. Am 29. Juli wechselt der Mars, wie zuvor schon, die Venus in die Jungfrau und das ist eine ziemliche Abkühlung der heißen Marskräfte. Für Witter, Löwen und Schützen wirkt das wahrscheinlich ernüchternd. Aber die Erdzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock kommen damit sehr gut zurecht. Ich als Steinbock habe mit Mars in der Jungfrau Menschen zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht, denn das ist eine sehr tüchtige und effektive Energie, mit der man eine Menge schaffen kann. Das ist natürlich für alle diejenigen gut, die dann wieder mit der Arbeit anfangen. Wer noch im Urlaub ist, bekommt vielleicht Lust, sich in der freien Zeit auch ein bisschen um die Gesundheit zu kümmern oder irgendwas Nützliches zu machen, wo man sonst nicht zukommt. Der Mars wird übrigens in den letzten Julitagen einen Spannungsaspekt zu Jupiter bilden. Das kann zu einem gewissen Leichtsinn verführen. Da haben wir dann nochmal Grund, achtsam zu sein und keine riskanten neuen Sachen auszuprobieren. In der Zeit solltet ihr auch vorsichtig mit ungewohntem exotischen Essen sein und keine radikale Diät starten. Das waren meine Gedanken zu den Sommerkonstellationen im Juli. Und jetzt kommen für euch die Sternzeichenhoroskope. Zur Ergänzung solltet ihr euch neben eurem Sternzeichen auf jeden Fall auch das Video für euer Aszendentenzeichen anschauen und anschließend auf euch wirken lassen, mit welchen Hinweisen ihr in Resonanz steht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und wir beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Freut euch auf eine kraftvolle Zeit, erotische Momente und Spaß an sommerlichen Aktivitäten im Juli. Das schauen wir uns jetzt gleich an und wenn ihr wollt, könnt ihr später alles, was jetzt hier in diesem Video besprochen wird, mit sämtlichen Zeiteingaben und Daten in Ruhe nochmal nachlesen. Denn es gibt jetzt auf meiner Homepage alle Monatshoroskope gegen eine kleine Gebühr als PDF zum Download. Ich verlinke euch das auf der Infokarte und hier unten in der Videobeschreibung. Ihr startet in den Sommer mit tollen Aspekten von Venus und Mars. Sie geben euch Kraft und machen Lust auf Erotik und Sinnlichkeit. Wobei die Venus eher zum Verwöhnen anregt, Mars dagegen zu Aktivität, zum Beispiel auch Sport oder die Verfolgung von Herzenszielen und Hobbys. Bei allen Aktivitäten müsst ihr aber in der Zeit vom 27. Juni bis zum 7. Juli besondere Vorsicht walten lassen. Da haben wir nämlich einen harten Aspekt zwischen Mars und Unruhestifter Uranus und zugleich auch zu Saturn und das weist auf Unfälle und Verletzungsgefahren hin. Ihr solltet in der Zeit bei euren Aktivitäten keine unnötigen Risiken eingehen und auch andere nicht dazu anstiften. Wenn ihr euch in unbekannten Terrain bewegt, seid besonders achtsam, damit ihr euch nicht verletzt, weil ihr euch nicht auskennt. Das gleiche gilt, wenn ihr beispielsweise im Urlaub einen ganz neuen Sport ausprobiert, den ihr noch nicht gewöhnt seid. Der verwundete Heiler Chiron, der ja bei euch im Zeichen steht, ist diesen Monat besonders betont und auch das ist ein Hinweis darauf, dass ihr euch nicht übernehmen und eure körperlichen Grenzen beachten solltet. Doch gleichzeitig zeigt er im Juli auch ein großes Potenzial zur Heilung länger zurückliegender psychologischer Verletzungen, zum Beispiel indem ihr ein lang gehegtes Herzensprojekt verwirklicht. Ihr könnt jetzt auch ganz tief auf der Herzensebene verstehen, was euch bisher davon abgehalten hat, euch heil und vollständig zu fühlen. Am 10. Juli ist der Neumond im Krebs und der aktiviert bei euch die kosmische Entwicklungsachse, das heißt, wo ihr herkommt und wo es hingeht. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass es wichtig ist, euch um Familienangelegenheiten zu kümmern. Falls ihr in Urlaub fahrt, könnt ihr vielleicht mit der Familie ein Haus mieten und dadurch gemeinsame Erlebnisse und dann einen schönen Zusammenhalt erfahren. Ab dem 10. Juli und bis Ende des Monats könnt ihr dann richtig Gas geben und den Energieschub von Mars voll für euch auskosten. Sei es durch Aktivitäten im Urlaub oder indem ihr gemeinsam mit Freunden sportliche Herausforderungen sucht. Und wenn ihr dann noch darauf achtet, dass ihr dabei nicht nur um euch selbst kreist, sondern bewusst auch andere mit einbindet, dann macht es noch mehr Spaß. Ihr könnt sehr schön die Initiative ergreifen und euch tolle Unternehmungen überlegen, an denen auch andere ihren Spaß hätten. Denn wir haben ja jetzt auch wieder mehr Freiheiten, gemeinsam mit anderen aktiv zu werden. Beruflich ist der Mars-Aspekt günstig, um voranzukommen und eure Vorhaben nach vorn zu bringen. Nur zwischen dem 6. und 10. Juli ist eine Phase, in der ihr bei finanziellen Angelegenheiten zurückhaltend sein und keine spontanen Risiken eingehen solltet. Geld verleihen im Freundeskreis ist in der ersten Monatshälfte eher ungünstig. Wirklich anstrengend sind die beruflichen Konstellationen nur für die Geburtstagskinder der dritten Dekade mit dem Quadrat von Pluto. Und wenn ihr davon betroffen seid, merkt ihr das daran, dass ihr schwierige Entscheidungen fällen müsst und euch mit Autoritätsfiguren auseinandersetzt, wobei es um Machtfragen geht. Aber der Mars ist ja auf eurer Seite. Also wenn ihr gute Argumente habt und Chancen wittert, könnt ihr jetzt glänzen und durch gute Leistungen überzeugen bzw. euren Widersacher in Schach halten. Für die Liebe ist der Monat sehr ergiebig, vor allem in den ersten drei Wochen. Die Venus wird sich Mitte des Monats mit Mars verbinden und das ist wunderbar für Erotik und sinnliche Stunden. Eine heikle Phase gibt es allerdings vom 5. bis 10. Juli. Einerseits ist das ein sehr prickelnder Aspekt, um zu flirten und vielleicht auch eine spannende neue Affäre zu beginnen. Andererseits kann der euch auch zum Fremdflirten verführen. Möglicherweise ergibt sich da auch eine Verwicklung mit jemandem aus eurem Freundeskreis. Zum Beispiel, weil jemand ein Geheimnis weitergibt, weil er glaubt, Verantwortung übernehmen zu müssen. Wenn euch ein Abenteuer mit Heimlichkeiten und Risiken reizt, denkt bitte nicht nur an euch selbst und euren eigenen Spaß. Das kann nämlich passieren, wenn Venus und Mars im Ego-Zeichen Löwe stehen. Habt bitte auch immer im Auge, was die Folgen sein könnten. Wenn alle Beteiligten frei und abenteuerlustig sind, ist es natürlich am besten. Aber wenn bestehende Beziehungen gefährdet sind, lasst lieber die Finger davon, denn sonst wird die Situation kompliziert und das wollt ihr doch gar nicht. Davon abgesehen sind die Flirt- und Liebessterne, wie gesagt, fantastisch. Übrigens auch verbunden mit der Chance, dass eine Beziehungsangelegenheit geheilt wird. Zum Beispiel, indem ihr einem Abenteuer widersteht, weil ihr erkennt, wie viel eure Beziehung euch bedeutet. Am 18. Juli wechselt die Lilith in die Zwillinge und steht dann für die nächsten neun Monate in einem anregenden Aspekt zur Widder- Sonne. Das kann eure Kreativität im Denken stark anregen und ihr habt dann auch Spaß an interessanten Menschen, die euch in Diskussionen herausfordern und ihren eigenen Kopf haben. Lilith aktiviert dann bei euch die Wissensachse. Es könnte also eine gute Zeit sein, euch in Bezug auf weibliche Spiritualität, schamanisches Heilen und ähnliche Themen weiterzubilden. Und wenn ihr selbst in so einem Bereich tätig seid, solltet ihr ernsthaft überlegen, Kurse zu geben oder vielleicht auch Artikel oder ein Buch zu schreiben oder ein Buch dazu zu verfassen. Auf jeden Fall lohnt es sich, Tagebuch zu führen und innere Eingebungen festzuhalten. Am 22. Juli wechselt die Venus in die Jungfrau und kühlt dann ein bisschen ab, zeigt aber auf der anderen Seite für die nächsten drei Wochen gute Stimmung am Arbeitsplatz an. Also wenn ihr dann wieder im Job seid, sei es, dass die Kolleginnen nett sind oder dass ihr euch freut, nach der langen Zeit im Homeoffice auch wieder auf lebendige Menschen zu treffen. Ebenfalls am 22. Nachmittags geht die Sonne in den Löwen und damit setzen sich die angenehmen und vitalisierenden Sommeraspekte für euch noch vier Wochen weiter fort. In der Nacht zum Samstag, den 24. Juli, ist Vollmond im Löwen und der steht partymäßig für euch. Falls ihr an dem Wochenende was zu feiern habt, dann lieber Freitag als Samstag. Ist auch ein schöner Vollmond, um Energie in eure Herzensprojekte zu lenken. Der Rest des Monats dürfte sich für euch weiterhin angenehm gestalten. Gegen Ende des Monats haben wir noch mal eine Energiewende. Jupiter geht am 28. wieder in den Wassermann und bildet dann für den Rest des Jahres Erfolgsaspekte zur Widersonne. Gleichzeitig legt sich langsam der kosmische Rückenwind durch Mars, weil der geht nämlich am 29. Juli in die Jungfrau und dann kommt die Powerphase zu einem Ende. Deswegen nehmt euch vor allem in der zweiten Juli-Hälfte ordentlich was vor. Da kriegt ihr eine Menge geschafft. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. Der Monat kann turbulent werden, denn der Mars setzt für euch starke Energien frei, die ihr bewusst handhaben solltet. Das schauen wir uns gleich an und wenn ihr wollt, könnt ihr später alles, was jetzt hier in diesem Video besprochen wird, mit sämtlichen Zeitangaben und Daten in Ruhe nochmal nachlesen. Denn es gibt jetzt auf meiner Homepage alle Monatshoroskope gegen eine kleine Gebühr als PDF zum Download. Ich verlinke euch das auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der Monat beginnt mit Venus und Mars im Löwen und das ist eine heiße und leidenschaftliche Energie, die ausgelebt werden möchte. Bei euch betrifft das vor allem den Bereich des Heims und der Familie. Sei es, dass ihr Lust habt zu renovieren, sei es, dass ihr mit der Familie zusammen ein Haus am Meer gebucht habt und gemeinsame Abenteuer erleben wollt oder sei es, dass nun mit den neuen Freiheiten auch häufiger Besuch auf der Matte steht. Es ist wahrscheinlich ordentlich was los bei euch. In der ersten Monatshälfte werden allerdings beide Planeten auch reizbare Aspekte zu Uranus bilden, der ja bei euch im Zeichen steht und außerdem gleichzeitig noch zu Saturn in eurem Karrierehaus. Dann haben wir hier dieses Spannungsdreieck und das kann zu Abstimmungsproblemen und vielleicht auch der einen oder anderen Auseinandersetzung führen. Ihr selbst beansprucht euren Freiraum und wollt die Dinge auf eure eigene Art und Weise tun und die Familie sieht vielleicht manches anders als ihr. Möglich auch, dass ihr plötzlich eine berufliche Verantwortung übernehmen müsst oder aufgrund von unerwarteten beruflichen Entwicklungen nicht die Zeit habt, die ihr euch wünscht, um jetzt mehr in eurem gemütlichen Heim oder am Urlaubsort auszuspannen. Umgekehrt kann auch eine Aktion, die ihr in eurem Heim gestartet habt, aus dem Ruder laufen und mehr Kraft kosten als gedacht. Besonders beachten müsst ihr den Mars-Aspekt vom 27. Juni bis 7. Juli, denn der zeigt die Gefahr von Unfällen und Verletzungen im Haushalt an. Zum Beispiel eben beim Renovieren oder wenn ihr in einem Ferienhaus seid, wo ihr die Gegebenheiten nicht so gut kennt. Wie schnell ist man da über eine ungewohnte Stufe gestolpert? Das passiert vor allem durch Hektik und Unachtsamkeit. Deswegen lasst euch nicht drängeln und hetzen, sondern versucht in eurem eigenen Tempo voranzukommen. Außerdem solltet ihr der Reizbarkeit durch Mars entgegenwirken durch maßvollen sportlichen Ausgleich, zum Beispiel Yoga oder Atemübungen. Gegebenenfalls könnt ihr die 90-Sekunden-Regel nutzen und die Beschreibung dieser nützlichen Übung findet ihr jetzt auch als PDF zum Download. Für die Liebe hält die erste Monatshälfte auch ein paar Herausforderungen bereit, weil nämlich auch die Venus diese Aspekte durchmachen muss. Bei bestehenden Partnerschaften kann das schon mal zu Unstimmigkeiten führen, besonders wenn sowieso schon etwas im Argen liegt. Vor allem zwischen dem 5. und dem 10. Juli verliert ihr ungewöhnlich schnell die Geduld. Vielleicht ergibt sich auch ein Flirt mit jemand Dritten sozusagen als Ausgleich für bestehenden Beziehungsärger. Es kann in der ersten Juli-Hälfte sogar zum Bruch kommen, wenn ihr nicht aufpasst. Das gilt aber wie gesagt nur, wenn in eurer Beziehung sowieso schon der Haussegen schief hängt. Wenn zwischen euch alles in Ordnung ist, kann es vielleicht auch mal eine überraschende Wendung geben oder ihr seid euch vielleicht nicht so einig wie sonst, aber das lässt sich dann sicher schnell ausgleichen. Ein Tipp wäre, sich erotisch mal auf eine überraschende neue Art zu begegnen oder vielleicht einfach mal einen spontanen Urlaub nur zu zweit hinlegen. Wenn ihr Single seid, sind diese Aspekte natürlich sehr geeignet, spontan einen Flirt anzufangen. Aber wenn Uranus im Spiel ist, kann das eben auch ein Strohfeuer sein. Das ist ein typischer Aspekt für eine Urlaubsliebe, die dann aber auch wieder vorbei ist, sobald man wieder zu Hause ist. Im Zweifelsfalle wartet ab bis nach dem 13. Juli, dann beruhigt sich die Lage. Wenn ihr euch wirklich in jemand Neues verliebt, solltet ihr sowieso die 90-Tage-Regel anwenden, also drei Monate abwarten, ehe ihr euch tiefer einlasst. Denn unter dem Einfluss von Uranus können sich viele Dinge noch mal unerwartet ändern. Am 10. Juli ist Neumond im Krebs und der ist sehr schön, um ins Gespräch zu kommen. Sei es, um sich wieder zu versöhnen oder um gemeinsam neue Pläne zu machen. Auch wenn ihr spirituell arbeitet, ist das ein wundervoller Neumond, um Botschaften der Seele zu empfangen. Falls ihr in einem Heilberuf tätig seid, könnt ihr zu diesem Neumond auch Eingebungen für eure Arbeit empfangen und bekommt vielleicht Lust, eine interessante neue Methode auszuprobieren. Das Wochenende vom 11. und 12. Juli kann noch mal turbulent werden. Da werdet ihr wahrscheinlich nicht zur Ruhe kommen. Die Aufregung kann aber auch positiv sein, zum Beispiel durch Besuch oder eine interessante Exkursion im Urlaub mit der Familie. Rund um den 15. gibt es schöne Tendenzen, um sich über vieles klar zu werden, gute Gespräche zu führen oder auch, wenn ihr alleine seid, um mit euch selbst ins Reine zu kommen. Am 18. Juli geht die Zeit mit Lilith im Stier zu Ende. Die wilde Göttin wird dann für die nächsten neun Monate durch die Zwillinge laufen. Das spürt ihr vielleicht auch, indem sich ein gewisses Maß an Aufregung in eurem Leben widerlegt und ihr auch wieder kompromissbereiter werdet. Lilith wird dann euch durch euer kosmisches Finanzhaus laufen und das bringt Wertefragen mit sich. Für viele Stiergeborene sind finanzielle Sicherheit und Wohlstand sehr wichtig. Lilith wird euch in den kommenden Monaten gelegentlich auffordern, mehr Mut zu entwickeln und Geld zum Beispiel in Umweltprojekte oder auch künstlerische Projekte zu investieren, bei denen vielleicht nicht eine dicke Rendite winkt, sondern es um inhaltliche Werte geht. Mehr dazu gibt es jetzt auch sofort zum Nachlesen in meinem Lilith-Dossier als PDF. Am 22. Juli geht die Venus in die Jungfrau und bildet dann für drei Wochen angenehme Aspekte zur Stiersonne. Dann beginnt eine schöne Phase in der Liebe für euch und am gleichen Tag nachmittags geht dann die Sonne in den Löwen und lenkt nach Venus und Mars für weitere vier Wochen viel kosmische Energie in euer Privatleben. Der Vollmond im Wassermann am 24. Juli regt euch an, darüber nachzudenken, wie ihr berufliche und private Projekte unter einen Hut bringen könnt und wie viel persönliche Freiheit euch dann noch bleibt. Das sind wichtige Überlegungen, denn am 28. geht Jupiter wieder zurück in den Wassermann und aktiviert dann bis Dezember euer Karrierehaus. Das heißt, es wird euch weiter beschäftigen, wie ihr euch beruflich entwickelnt und Karrierezielen näher kommen könnt und auch, was das für eure persönliche Freiheit bedeutet. Am 29. Juli geht der Mars in die Jungfrau und dann bekommt ihr für sechs Wochen gleich den nötigen Schwung und habt Freude daran, an euren Zielen zu arbeiten. Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Ascendenten. Wie war die Sonnenfinsternis für euch? Ergeben sich spannende neue Entwicklungen in eurem Leben? Postet mir das doch gerne hier auf YouTube in den Kommentaren. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den Juli und wenn ihr wollt, könnt ihr später alles, was jetzt hier in diesem Video besprochen wird, mit sämtlichen Zeitangaben und Daten in Ruhe nochmal nachlesen, denn es gibt jetzt auf meiner Homepage alle Monatshoroskope gegen eine kleine Gebühr als PDF zum Download. Ich verlinke euch das auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Für euch gibt es wichtige Neuigkeiten im Juli. Die wilde Göttin Lilith wird nämlich ab dem 18. Juli euer Zeichen besuchen. Bereits jetzt stehen Venus und Mars günstig für euch. Das ist toll für die Liebe und regt euch an, Leute zu treffen und in den Austausch zu gehen. Wahrscheinlich saugt ihr jetzt gierig alle Möglichkeiten ein, euch wieder freier zu bewegen, rauszugehen, in Kontakt zu sein und zu flirten. Die Aspekte sind nicht nur schön für heißes Liebesgeflüster und ihr bekommt wahrscheinlich auch viele Anfragen und Botschaften von Leuten, die euch treffen und euch kennenlernen wollen. Aber auch eure Schöpferkraft ist geweckt, besonders wenn ihr mit Sprache und Schrift zu tun habt, zum Beispiel als AutorInnen, Blogger oder ganz generell für eure Social Media. Auch das der Merkur nun wieder direktläufig ist und sich in eurem Zeichen befindet, regt euch garantiert positiv an. Damit könnt ihr sowohl eure Freizeit oder euren Urlaub genießen, als auch gut vorankommen, wenn ihr jetzt beruflich im Einsatz seid. Trotzdem solltet ihr in der ersten Monatshälfte besonders achtsam sein, denn bei anderen Leuten knirscht es im Gebälk und ihr müsst dann aufpassen, dass ihr da nicht reingezogen werdet. Wir haben ja einige Spannungsaspekte und selbst wenn die nicht direkt auf die Zwillinge Sonne wirken, spürt ihr es doch durch die anderen Leute, mit denen ihr zu tun habt. Meistens seid ihr in der glücklichen Position, um Rat gefragt zu werden und könnt tatsächlich auch heilend und deeskalierend eingreifen. Aber ihr müsst auch damit rechnen, dass Menschen euch ihre eigene Unzufriedenheit aufs Auge drücken. Der Mars kann anzeigen, dass es einige heiße Diskussionen gibt diesen Monat und da nützen manchmal auch die besten Argumente nichts. Besonders diejenigen von euch, die direkt unter dem Einfluss von Neptun stehen, also tendenziell so ein bisschen verpeilt sind, laufen Gefahr, missverstanden zu werden oder auch selbst eine Situation falsch einzuschätzen und zwar am ehesten in der ersten Woche des Monats. Diese Spannungen legen sich aber ab dem Neumond allmählich und der ist am 10. Juli im Zeichen Krebs. Bei euch aktiviert er die kosmische Werteachse und dabei geht es vor allem auch um euren Selbstwert. Zu Neumond könnt ihr zum Beispiel über Fragen meditieren wie was ist euch wichtig im Leben? Was braucht ihr, um euch wertvoll zu fühlen? Oder auch ganz konkret, bekommt ihr genug Geld für eure Leistung? Erhaltet ihr, was euch zusteht? Es kann auch gut sein, dass durch die Sonnenfinsternis große Veränderungen in eurem Leben angeschoben worden sind, die schlicht und einfach Geld kosten und dann könnt ihr diesen Mondzyklus nutzen, um an Finanzierungsfragen zu arbeiten. Ihr seid jedenfalls in der Lage, Überzeugungsarbeit zu leisten und das kann euch auch dabei helfen, beispielsweise einen Kredit oder eine Zuwendung, die euch zusteht, zu erhalten. Ein gutes Zeitfenster dafür ist vom 11. bis zum 14. Juli. Dann geht nämlich der Merkur in den Krebs und steht dann ein paar Tage günstig zum Wohlstandsplanet Jupiter. Er unterstützt euch dann bei euren Finanzfragen und Wertefragen bis zum 28. Juli. In der Liebe profitiert ihr, wie gesagt, von Venus und Mars im Löwen. Das ist hervorragend, um Flirts anzubahnen und Leute auf kurzen Reisen kennenzulernen oder auch in eurem direkten Umfeld. Also haltet da mal die Augen offen. Auch hier gilt, dass es in der ersten Woche des Monats noch zu Missverständnissen kommen kann, aber nach dem Neumond läuft es dann richtig rund. Ihr könnt dann jeden mit euren Liebesbotschaften um den Finger wickeln. Vergesst nicht, dass der Mondknoten auch immer noch bei euch im Zeichen steht und das erhöht die Chance, sich mit jemand Besonderem zu verbinden. Am 18. Juli geht, wie gesagt, die wilde Lilith für neun Monate in euer Zeichen. Das kann euer Leben vorübergehend ganz schön aufwirbeln. Lilith bringt euch in Kontakt mit Wünschen nach Freiheit, Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und nicht zuletzt erotischer Erfüllung, die ihr vielleicht lange Zeit verdrängt oder nicht ernst genommen hattet. Sie macht euch kompromissloser als sonst und schärft euren Geist und weckt euer Interesse für ungewöhnliche und kreative Menschen. Sozial ist dieser Transit nicht immer leicht zu handhaben, da man gemütliche, aber langweilige Lebensumstände oder Beziehungen in Frage stellt. Doch für die Künstler unter euch, besonders wenn ihr mit Wort und Sprache arbeitet, kann Liliths Energie unglaublich kreativ und befreiend wirken. Ich habe dazu ein ausführliches Dossier als PDF erstellt, das könnt ihr jetzt für ein kleines Geld auf meiner Homepage herunterladen. Am 22. Juli passieren die nächsten zwei wichtigen Sachen. Erstmal wechselt die Venus in die Jungfrau und aktiviert dann für euch den Bereich des Privatlebens. Das ist oft eine Zeit, in der man Lust bekommt, das Heim schöner zu gestalten oder Besuch zu empfangen. Venus in der Jungfrau ist aber auch eine gute Konstellation, um aufzuräumen, kleinere Schönheitsreparaturen zu Hause vorzunehmen oder beispielsweise einen neuen Hausaltar einzurichten. Ebenfalls am 22. Juli am Nachmittag geht die Sonne in den Löwen und bildet dann anschließend für vier Wochen inspirierende Aspekte zur Zwillinge Sonne. Euer Spaß am Austausch und Kontakt und endlich wieder unterwegs zu sein und Menschen zu treffen, setzt sich dann weiter fort. In der Nacht zum 24. Juli ist der Vollmond im Löwen und das ist ein Freitag und der Abend würde sich sehr gut zum Feiern und zum Spaßhaben eignen. Vielleicht bekommt ihr eine Einladung von befreundeten Löwe Geborenen. Möglich auch, dass ihr tolle kreative Inspirationen empfangt oder eine heiße Affäre anfangt, denn dieser Vollmond aktiviert Lilith in eurem Zeichen. Auch in den Tagen darauf ist Lilith stark spürbar und das kann sich dann zum Beispiel dadurch bemerkbar machen, dass ihr kompromissloser seid als sonst und es vorübergehend auch stressige Situationen mit weiblichen Familienmitgliedern geben kann. Und zwar vor allem für die Mai-Zwillinge. Am 28. Juli passiert etwas für euch sehr günstiges, dann läuft nämlich Jupiter wieder zurück in den Wassermann. Ihr erhaltet dann bis Ende des Jahres förderliche Energien für euer berufliches Fortkommen und auch euer Fernweh ist geweckt. Wenn es irgend möglich ist, werdet ihr dieses Jahr noch eine größere Reise machen oder zumindest planen. Zum Monatsende gibt es nochmal eine Energiewende. Da geht nämlich der Mars aus dem heißen Löwen in die kühle Jungfrau und aktiviert euer Privatleben. In den kommenden sechs Wochen solltet ihr euch und andere nicht mit zu viel Perfektionismus stressen. Auch kann es dann mal zu Konflikten mit männlichen Familienmitgliedern kommen. Andererseits ist es eine gute Konstellation, um Sachen zu reparieren oder eine kleine Renovierung durchzuführen. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Juli Geburtstag habt. Ihr startet mit guten Vitalaspekten in euren Geburtstagsmonat. Das schauen wir uns jetzt näher an und wenn ihr wollt, könnt ihr später alles, was jetzt in diesem Video besprochen wird, mit sämtlichen Zeitangaben und Daten in Ruhe nochmal nachlesen. Denn es gibt jetzt auf meiner Homepage alle Monatshoroskope gegen eine kleine Gebühr als PDF zum Download. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Die Sonne steht ja jetzt im Krebs in eurem Zeichen und schenkt euch noch drei Wochen gute Vitalaspekte. Venus und Mars im Löwen verleihen euch körperliche Kraft und auch Sinnlichkeit. Und das ist auch gut so, denn die ersten zehn Tage des Monats können etwas stressig werden. Wahrscheinlich ergibt sich das Problem, dass ihr berufliche Entscheidungen treffen müsst, die euch nach vorne bringen. Aber das läuft nicht unbedingt immer harmonisch ab und möglicherweise sind auch nicht alle Betroffenen begeistert. Das hat mit Chiron zu tun. Der steht ja bei euch im Karrierehaus und das bedeutet, dass es für viele Krebsgeborene wichtig wird, zu sich und ihren Zielen und auch ihrem Ehrgeiz zu stehen. Auch wenn das bedeutet, manchmal harte Entscheidungen zu treffen, wofür man nicht immer geliebt wird. Das wiederum ist schwer für euch Krebsgeborene, denn ihr möchtet mit allen in Harmonie sein. Aber da bekommt ihr jetzt Unterstützung von Venus und Mars, die geben euch Kraft, euch durchzusetzen. Weniger günstig sind finanzielle Entscheidungen, die mit Freunden oder persönlichen Bekannten zu tun haben. Auch bei Vorschlägen und Anfragen, die aus eurem Social Media Netzwerk kommen, solltet ihr vorsichtig sein. Ihr solltet auch guten Freunden kein Geld leihen oder sie auch selbst nicht um Geld anpumpen. Und falls Freund oder Freundin euch etwas schulden, sprecht sie am besten erst nach dem Neumond am 10. Juli drauf an. In der Liebe können die ersten zehn Tage des Monats ebenfalls etwas angespannt sein, vor allem für fest liierte Krebsgeborene. Es könnte Diskussionen um euer gemeinsames Geld geben und die Sterne raten euch davon ab, euch spontan etwas Schickes zu kaufen, ohne es mit Partner oder Partnerin abzusprechen. Vielleicht wollt ihr auch eine größere Geburtstagsparty schmeißen und seid euch nicht ganz darüber einig, wie viel Geld dafür ausgegeben werden soll. Und außerdem kann es auch sein, dass eure beruflichen Entscheidungen irgendwie zulasten eures Privatlebens gehen. Der Neumond am 10. Juli im Krebs bringt dann eine spürbare Wende zu mehr Harmonie. Er findet in eurem Zeichen statt und ist deswegen der wichtigste Neumond im ganzen Jahr. Genau wird die Konstellation eigentlich in der Nacht vom 9. auf den 10. um 3.16 Uhr, falls ihr also ein kleines Ritual oder eine Neumond-Meditation abhalten wollt, könnt ihr es auch schon am Freitag machen. Es ist ein sehr spiritueller Neumond, weil er in Verbindung mit dem übersinnlichen Neptun stattfindet. Sehr schön für euch wäre auch eine Neumond-Meditation draußen in der Natur an einem Gewässer oder, falls ihr vielleicht im Urlaub am Meer seid, direkt am Strand. Gewässer wirken jetzt inspirierend auf euch und bringen euch in den Fluss. Am 11. Juli wechselt der Merkur in den Krebs und bildet bis zum 14. einen sehr schönen Finanz- und Wohlstandsaspekt. Ihr könnt also in eurer Meditation auch darum bitten, finanziell in einen guten Fluss zu kommen. Und diese Tage vom 11. bis zum 14. Juli sind auch günstig, falls wichtige Finanzgespräche oder Entscheidungen anstehen. Falls ihr Lust habt, shoppen zu gehen und euch mal ein schönes neues Outfit zu gönnen, geben die Sterne dafür nach dem Neumond ebenfalls grünes Licht. Der Merkur läuft bis zum 28. Juli durch euer Zeichen. Das ist generell gut zum Kaufen und Verkaufen und auch inspirierend, falls ihr schreibend tätig seid. Außerdem macht es euch Spaß, mit lieben Menschen in Kontakt zu sein und davon werden sich garantiert viele bei euch melden. Sehr intensive Tage sind vom 15. bis 19. Juli. Dann sind die Tendenzen einerseits sehr romantisch, aber gleichzeitig wird in eurem Partnerhaus der Pluto aktiviert. Das kann große Leidenschaft in eurer Gefühlswelt anzeigen, aber auch einen Partner, der euch unter Druck setzt oder eifersüchtig ist. Und das gilt besonders für die Geborenen der dritten Dekade. Wenn ihr Single seid, lernt ihr dann vielleicht einen interessanten und geheimnisvollen Menschen kennen, den ihr euch aber ganz genau anschauen solltet. Beim kleinsten Anzeichen, dass euch so jemand dominieren will, geht ihr besser auf Abstand. Am 18. Juli wechselt die Lilith das Zeichen und geht dann für neun Monate durch die Zwillinge, also durch euer zwölftes Sonnenhaus der Spiritualität und des Rückzugs. Das kann Begegnungen mit der inneren Schamanin anzeigen. Die instinktive Urkraft der Lilith erscheint euch dann vielleicht durch Träume und Eingebungen. Wenn ihr spirituell arbeitet, verstärkt dieser Lilith-Transit die Kraft eurer Rituale und der Symbole, die ihr benutzt. Ich hatte euch ja schon im Zusammenhang mit der Sonnenfinsternis empfohlen, ein Traumtagebuch zu führen und das Klarträumen zu üben, weil die Sonnenfinsternis nämlich auch in eurem zwölften kosmischen Haus stattgefunden hat. Und auch Lilith bringt oft intensive Träume und es lohnt sich, wenn ihr euch damit näher beschäftigt. Das Lilith-Special gibt es zum Nachlesen als PDF-Dossier auf meiner Homepage. Am 22. Juli geht die Venus in die Jungfrau und bildet dann für die kommenden drei Wochen angenehme und konstruktive Aspekte zur Krebssonne. Das ist inspirierend für den Austausch mit netten Leuten, für kurze Reisen, für guten Kontakt mit den Geschwistern und auch für Liebesgeflüster. Und auch am 22. Juli um 16.26 Uhr geht die Zeit des Krebses zu Ende und die Sonne tritt in den Löwen ein. Sie steht dann für vier Wochen weiterhin günstig für eure Vitalkräfte und außerdem aktiviert sie dann den Finanzbereich eures Horoskops. Da gibt es dann Ende Juli und auch im August noch einiges zu klären, eventuell auch ganz einfach, wie es mit der Urlaubskasse aussieht. Aber vielleicht geht es dann auch um eure inneren Werte und darum, ob ihr mit eurem festen Partner am gleichen Strang zieht. Dieses Thema wird auch vom Vollmond in der Nacht zum 24. Juli aktiviert. Gut möglich, dass ihr dann mit eurem Schatz ein paar Diskussionen über das Geld habt. Der 26. und 27. Juli sind dann zwei harmonische Tage, gut zum Pläne machen. Am 28. läuft der Jupiter zurück in den Wassermann, wo er bis Jahresende bleibt. Gleichzeitig geht der Merkur für drei Wochen in den Löwen und dann habt ihr kurz- und längerfristig starke Planetenkräfte auf eurer Werteachse. Es lohnt sich also, Überlegungen und Diskussionen um eure gemeinsamen Pläne und Besitztümer nicht aus dem Weg zu gehen, sondern alles vernünftig und zukunftsorientiert zu besprechen. Denn mit Jupiter könnt ihr in den kommenden Monaten gemeinsam wachsen, auch finanziell. Wenn ihr alleinstehend seid, macht ihr euch für den Rest des Jahres wahrscheinlich öfter mal Gedanken über eure Verträge und Finanzen, die eure Zukunft absichern sollen. Am 29. Juli gibt es noch was Wichtiges. Dann geht der Mars in die Jungfrau und bildet für sechs Wochen günstige Aspekte zur Krebssonne. Das ist sehr gut, um beruflich voranzukommen, neue Ideen zu entwickeln und um bei Verhandlungen überzeugend aufzutreten. Falls ihr Urlaub habt, schreibt eure Ideen erst mal auf. Da ist bestimmt was Gutes dabei, was ihr später beruflich nutzen könnt. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Juli Geburtstag habt. Euch erwartet ein Monat mit viel Planetenpower, aber es gibt auch einiges zu beachten. Wenn ihr wollt, könnt ihr später alles, was jetzt hier in diesem Video besprochen wird, mit sämtlichen Zeitangaben und Daten in Ruhe nochmal nachlesen. Denn es gibt jetzt auf meiner Homepage alle Monatshoroskope gegen eine kleine Gebühr als PDF zum Download. Ich verlinke euch das auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Zum Start in den Juli stehen Venus und Mars im Löwen, das ist eine lustvolle und schöpferische Energie. Wahrscheinlich fühlt ihr euch, als könntet ihr Bäume ausreißen und für die Liebe und zum Flirten ist das ebenfalls ganz wunderbar. Allerdings gibt es in der ersten Monatshälfte teilweise Gegenwind, denn Venus und Mars müssen einige schwierige Aspekte absolvieren. Zum einen mit Saturn, der steht hier in eurem Partnerhaus und zeitgleich auch mit Uranus, hier im kosmischen Karrierehaus. Und das heißt, ihr könnt nicht immer so, wie ihr wollt, weil berufliche oder beziehungsmäßige Entwicklungen ihre eigene Dynamik haben. Sei es, dass euer Partner oder neuer Flirt nicht so viel Zeit für euch hat, wie ihr euch das wünscht. Oder sei es, dass ihr beruflich stark eingespannt seid und Entscheidungen treffen müsst. Und oft sind das auch Sachen, die ganz plötzlich kommen und euren eigenen Rhythmus durcheinander bringen. Es gilt also weiterhin, was ich im Juni-Horoskop auch schon gesagt habe, lasst euch Platz im Terminkalender und rechnet damit, dass ihr nicht alles nach Plan und nach eurem eigenen Kopf durchziehen könnt. Wenn ihr jetzt Urlaub habt, ist nicht auszuschließen, dass ihr plötzlich an den Arbeitsplatz zurückgerufen werdet, weil man euch braucht. Gegebenenfalls müsst ihr euer Handy einfach mal ausschalten und nicht erreichbar sein. Möglich ist auch, dass ihr euch durch euren Partner oder eine Beziehungssituation ausgebremst fühlt. Und, das muss man leider sagen, wenn in eurer Beziehung etwas im Argen liegt, kann es in diesen ersten zehn Tagen des Monats zum Bruch kommen. Gesundheitlich gilt eine kosmische Warnung. Vom 27. Juni bis zum 7. Juli gibt es einen Unfallaspekt mit Mars und Uranus. Und weil der Mars bei euch im Zeichen steht, kann er euch zum Beispiel dazu reizen, sportliche Risiken einzugehen oder im Haushalt irgendwo raufzuklettern, um schnell etwas zu reparieren und ähnliches. Und da lauert dann die Gefahr. Möglich auch, dass ihr euch über eine berufliche Entwicklung so aufregt, dass ihr unachtsam werdet. Also in diesen Tagen schaut einfach, dass ihr euch selbst und andere nicht unter Druck setzt, dass ihr keine Hektik aufkommen lasst und auch keine riskanten Aktionen beim Sport oder im Urlaub startet. Mit dem Neumond am 10. Juli im Krebs tritt dann eine deutliche Entspannung ein. Der Neumond fällt bei euch ins 12. Sonnenhaus und aktiviert die Heilerachse eures Horoskops. Das ist besonders schön für alle Löwegeborenen, die spirituell arbeiten. In der Neumond-Meditation könnt ihr zum Beispiel um innere Führung für eure spirituelle Entwicklung oder um Heilung eines wichtigen Gesundheitsthemas bitten. Wahrscheinlich werdet ihr an diesem Wochenende generell das Bedürfnis haben, zu chillen und zur Ruhe zu kommen. Tags darauf geht auch der Merkur in den Krebs und bringt euch Eingebungen durch Träume und fördert die Arbeit mit den spirituellen und magischen Techniken. In der zweiten Monatshälfte sollte es dann auf allen Ebenen runder für euch laufen, auch beim Flirten und in der Liebe. Natürlich kann es weiterhin sein, dass ihr direkt die Impulse von Saturn und Uranus empfangt. Das merkt ihr daran, dass es weiterhin in Beziehungen und im Beruf Baustellen gibt, die immer wieder eure Aufmerksamkeit erfordern. Aber nun können sich die Liebesplaneten freier entfalten und ihr solltet öfter mal alles stehen und liegen lassen, um euch eurem Schatz zu widmen, Spaß beim Flirten zu erleben oder einfach in Kontakt mit netten Menschen zu sein. Der Mondknoten in den Zwillingen wird weiterhin für interessante und vielversprechende Begegnungen sorgen und die neu gewonnenen Freiheiten dürften euch auch beflügeln. Vom 11. bis 14. Juli gibt es auch ein paar günstige Tage, falls ihr gemeinsam mit eurem Schatz eine schöne Anschaffung tätigen oder über eure Finanzpläne sprechen wollt. Es ist außerdem eine schöne Phase für spirituelles Verständnis, also vielleicht um mal mit dem Partner gemeinsam zu meditieren oder euch darüber auszutauschen, was euch innerlich bewegt. Am 18. Juli geht die wilde Lilith in die Zwillinge und bewegt sich damit aus dem angespannten Aspekt zur Löwesonne heraus. Die Geburtstagskinder der dritten Dekade hatten zuletzt mit dieser unruhigen und provokanten Energie zu tun, zum Beispiel durch schwierige Entwicklungen im Job mit einer Chefin oder auch aufgrund ihrer eigenen Position als Frau. Da sollte jetzt Besserung eintreten, etwa weil man ein Konzept zur Unterstützung entwickelt hat oder weil die betreffende Person einfach woanders hingeht. In den Zwillingen steht Lilith nun für die nächsten neun Monate im Freundschaftsaspekt zur Löwesonne und das kann die Begegnung mit spannenden neuen Leuten anzeigen, mit denen euch ein politisches, berufliches oder gesellschaftliches Engagement verbindet. Und wenn ihr selbst in der Position seid, könnt ihr vielleicht als MentorInnen anderen Frauen beruflich weiterhelfen. Ihr fühlt euch nun vielleicht auch freundschaftlich zu interessanten und provokanten Menschen hingezogen, die euch überraschen und euer Leben bereichern können. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Lilith-Dossier als PDF. Am 22. Juli um 16.26 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Löwen und spendet euch dann in den vier Wochen darauf Kraft, Vitalität und Lebensfreude. Und am gleichen Tag wandert die Venus weiter in die Jungfrau. Dann beginnt eine günstige Finanzphase von drei Wochen, falls ihr beruflich finanzielle Entscheidungen zu treffen habt oder ganz generell um eure persönlichen Finanzen zu kümmern. Und ihr könnt beim Shoppen gute und nachhaltige Produkte zum fairen Preis finden. Der Vollmond im Wassermann am 24. Juli fällt auf eure Beziehungsachse. Für die Singles unter euch zeigt er interessante Flirtchancen mit einer ungewöhnlichen und spannenden Person. Und falls ihr fest liiert seid, solltet ihr eurem Schatz an dem Wochenende viel Aufmerksamkeit schenken. Denn am 28. Juli läuft der Jupiter zurück in den Wassermann und gleichzeitig geht der Merkur in den Löwen. Das aktiviert eure Partnerschaftsthemen und bringt gute Gelegenheiten für Beziehungsgespräche. Probleme, die sich in den ersten zehn Tagen des Monats ergeben haben, können in den nächsten Wochen geklärt werden. Und Jupiter bleibt dann für den Rest des Jahres in eurem Partnerhaus. Das bringt für Singles schöne Chancen, jemand Tolles kennenzulernen. Am 29. Juli verlässt der Mars den Löwen und geht in die Jungfrau. Er aktiviert dann für sechs Wochen euren Finanzbereich. Das ist eine gute Zeit, um die Finanzen auf Vordermann zu bringen. Mehr dazu dann im Horoskop für den August. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrauraszendenten. Die Sterne zeigen wichtige Gesundheits- und Heilungskonstellationen für euch an. Außerdem seid ihr stark in Kontakt mit den spirituellen Kräften. Das schauen wir uns jetzt an und wenn ihr wollt, könnt ihr alles, was in diesem Video besprochen wird, später nochmal mit sämtlichen Zeitangaben und Daten in aller Ruhe nachlesen. Denn es gibt jetzt auf meiner Homepage alle Monatshorosgruppe gegen eine kleine Gebühr als PDF zum Download. Ich verlinke euch das auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Jetzt wenden wir uns euren Konstellationen zu. Im sechsten Sonnenhaus steht längerfristig Prüfungsplanet Saturn und der wird in den ersten zehn Tagen des Monats von Venus und Mars im Löwen aktiviert, die gegenüber im zwölften Sonnenhaus stehen. Und das Ganze ist die kosmische Heilungsachse und der Bereich der Spiritualität bei euch. Wahrscheinlich sieht es so aus, dass ihr beruflich und gesundheitlich einiges an Verantwortung zu stemmen habt, vor allem wenn ihr selbst in Heilung und Pflege tätig seid. Falls ihr Ferien habt, strebt ihr vielleicht an, im Urlaub etwas für eure eigene Gesundheit zu tun. Dabei könnten euch anfangs einige Hindernisse in den Weg gelegt werden. Rechnet einfach damit, dass ihr in den ersten zehn Tagen des Monats immer wieder von euren eigenen Plänen und Wünschen abgelenkt werdet, weil Menschen eure Hilfe suchen oder weil andere der Meinung sind, dass ihr jetzt in einem bestimmten Bereich helfend einspringen oder Verantwortung übernehmen müsst. Und wenn ihr Urlaub habt, findet ihr vielleicht nicht alles so vor, wie ihr es euch gewünscht hattet. Wenn ihr Jungfer-Auszendenten seid, kann der Mars im Löwen auch die Gefahr von Infektionen anzeigen oder auch von Unfällen im Urlaub, wenn ihr unterwegs seid und die Gegebenheiten nicht kennt. Diese Spannungen legen sich aber alle mit dem Neumond am 10. Juli. Der fällt in den Krebs und damit in einen günstigen Aspekt in euer kosmisches Freundschaftshaus. Für die Neumond-Meditation würde sich daher eignen, dass ihr über eure Freundschaften nachdenkt. Vielleicht gibt es da etwas zu ändern oder etwas Neues beginnt. Oder falls ihr euch gesellschaftlich engagieren möchtet, könnt ihr dann gut damit beginnen und euch beispielsweise eine Gruppierung oder Partei aussuchen, der ihr euch anschließen möchtet. In der Liebe solltet ihr diesen Monat noch genießen, dass Jupiter seine positiven Energien in euer Partnerhaus lenkt und damit Flirtchancen anzeigt. Allerdings stehen ja die Liebesplaneten hier ein bisschen versteckt für euch. Deshalb kann es sich so anfühlen, als ob in der Liebe nicht so recht was in Gang kommt. Aber das wird sich im Laufe des Monats noch ändern. Und ihr habt auf jeden Fall guten Zuspruch seitens eurer Freundinnen und Freunde. Am 11. Juli abends geht der Merkur in den Krebs in euer Freundschaftshaus und dann gibt es bis zum 14. Juli schöne Romantik-Aspekte. Da stellt sich möglicherweise heraus, dass ihr für jemanden, mit dem ihr bisher nur befreundet wart, mehr empfindet. Und das kann auch auf Gegenseitigkeit beruhen. Möglich auch, dass ein Freund oder eine Freundin jetzt eure Hilfe braucht, weil sich die Person in eine schwierige Situation manövriert hat. Generell sind diese Aspekte sehr schön, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die euch viel bedeuten. Am 18. Juli passiert etwas für euch sehr Wichtiges. Dann geht die wilde Lilith ins Zeichen Zwillinge und bildet dann für die kommenden neun Monate herausfordernde Aspekte zur Jungfrausonne. Das bringt euch in Kontakt mit eurer unabhängigen, instinkthaften und unangepassten Seite, die ihr sonst so sanften und umsichtigen Jungfrauen gerne unter dem Deckel haltet. Doch Lilith sendet euch Menschen und Situationen, die euch herausfordern, zu euch selbst zu stehen und faule Kompromisse abzulehnen. Das kann euch in Schwierigkeiten bringen, kann aber auch sehr befreiend wirken. Außerdem ist es oft eine kreative und sinnliche Zeit. Und dieser Transit spielt sich bei euch im kosmischen Karrierehaus ab. Das heißt, die Herausforderungen können mit weiblichen Figuren, wie zum Beispiel einer Chefin, zu tun haben, die euch Schwierigkeiten macht. Vielleicht geht es aber auch um eure eigene Rolle als Frau und Vorgesetzte, in der ihr euch stärker positionieren müsst, auch wenn das gewissen Leuten nicht passt. Mehr zu diesem wichtigen Transit erfahrt ihr in meinem Lilith-Dossier als PDF. Am 22. Juli passieren zwei wichtige Sachen. Nachmittags geht die Sonne in den Löwen und dann wird für die kommenden vier Wochen erneut die Heilungs- und Spiritualitätsachse eures Horoskops aktiviert. Aber fast noch wichtiger für euch ist, dass am gleichen Tag die Venus in die Jungfrau geht und damit in euer Zeichen. Sie schenkt euch dann für die kommenden drei Wochen eine umwerfende Ausstrahlung. Das Flirten fällt euch leicht und in der festen Partnerschaft könnt ihr euch verwöhnen lassen. Allerdings wird die Venus dann gleich bis zum Vollmond am 24. eine Spannung zu Lilith aufbauen. Dann haben wir so eine Art Göttinnenkonflikt. In dieser Zeit müsst ihr mit schwierigen Situationen mit Frauen rechnen, zum Beispiel mit einer Chefin oder Vorgesetzten oder aufgrund eurer eigenen Rolle als Frau. Oder ihr kämpft einen inneren Konflikt aus und das kann auch in der Liebe sein. Nicht, dass ihr dann in eine Dreiecksgeschichte hineingeratet. Ihr könntet auch zu hohe Erwartungen hegen. Deshalb, wenn sich in diesen Tagen etwas ergibt, bleibt erstmal locker und lasst es auf euch zukommen. Und das alles gilt besonders für die August-Jungfrauen. Der Vollmond am 24. Juli im Wassermann fällt zwar auf ein Wochenende, aber es kann gut sein, dass eure Gedanken um Angelegenheiten am Arbeitsplatz kreisen oder auch, dass euch ein gesundheitliches Unwohlsein beschäftigt. An dem Wochenende solltet ihr es ganz ruhig angehen lassen und gut für euch sorgen. Am 28. Juli läuft der Jupiter zurück in den Wassermann und bleibt dann dort bis Ende des Jahres. Das dürfte für positiven Ausgleich am Arbeitsplatz sorgen. Und falls ihr Verbesserungen oder eine neue Tätigkeit anstrebt, bekommt ihr dafür in den kommenden fünf Monaten Unterstützung. Gleichzeitig geht der Merkur in den Löwen und in euer zwölftes Sonnenhaus. Das ist für die nächsten drei Wochen sehr schön, um geistige Inspirationen zu empfangen. Am 29. Juli wandert auch der Mars in die Jungfrau, abends spät und dann habt ihr beide Liebesplaneten bei euch im Zeichen. Wie prickelnd! Ihr dürft euch dann auf eine schöne und erotische Liebesphase freuen. Und das schauen wir uns dann im Horoskop für den August noch mal genauer an. Hallo, ihr fabelhaften Vagegeborenen und Vage-Aszendenten. Viele Planetenkräfte stehen günstig für euch und versorgen euch mit Energie und Enthusiasmus. Fast seid ihr ein bisschen rastlos zurzeit. Das schauen wir uns gleich näher an und wenn ihr wollt, könnt ihr später alles, was jetzt in diesem Video besprochen wird, mit sämtlichen Zeitangaben und Daten in Ruhe noch mal nachlesen. Denn es gibt jetzt auf meiner Homepage alle Monatshofsgruppe gegen eine kleine Gebühr als PDF zum Download. Ich verlinke euch das auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Eure Konstellationen sehen auf vielen Ebenen richtig gut aus und ihr habt die Qual der Wahl. Wollt ihr euch im Urlaub entspannen oder wollt ihr einem Herzensprojekt folgen oder in eurem Beruf erfolgreich sein? Für diese Bereiche sind die Konstellationen gut. In der Liebe sind die Tendenzen etwas gemischt. Bei den fest liierten Wagen kann es im Gebälk knirschen, besonders in den ersten zehn Tagen des Monats. Da scheint es eine Menge zu organisieren zu geben und nicht alles läuft nach Plan. Ihr könnt euch auch nicht unbedingt darauf verlassen, dass Partner oder Partnerin so zur Verfügung stehen, wie ihr das jetzt braucht oder möchtet. Gleichzeitig scheint jedoch auch die Heilung einer Beziehungsangelegenheit möglich zu sein und das kann auch eine Freundschaft betreffen, bei der es zuletzt Schwierigkeiten gegeben hatte. Ihr habt da also komplexe Konstellationen und es kann sich lohnen, sich dafür Zeit zu nehmen. Venus und Mars stehen ja jetzt im Löwen und aktivieren den Bereich eurer Freundschaften, aber auch eures beruflichen Netzwerks und der Teamarbeit. Sie stehen günstig zur vage Sonne, bilden aber stressige Aspekte zu Saturn und Uranus. Und das kann bedeuten, dass jemand aus dem Freundeskreis oder dem beruflichen Team in Schwierigkeiten gerät und deshalb eine Vereinbarung nicht einhalten oder die zugesagte Unterstützung nicht leisten kann. Umgekehrt kann es auch sein, dass ihr zur Hilfe gerufen werdet und nun vor der Entscheidung steht, eure eigenen Pläne vorübergehend zurückzustellen, um für jemand anders da zu sein. Das kann vor allem in den ersten zehn Tagen des Monats auftreten und betrifft die erste und zweite Dekade des Waagezeichens. Am 10. Juli ist Neumond im Krebs und der fällt in euer kosmisches Karrierehaus. Deshalb wundert euch nicht, wenn ihr trotz Sommer und Urlaubszeit viel über eure Ziele und eure Karriere nachdenkt oder vielleicht auch gerade an etwas ganz Wichtigem arbeitet. Und so könnt ihr den Neumond für eine Meditation oder ein Ritual nutzen, um eure beruflichen Ziele zu stärken und die richtigen und wichtigen Leute in euer Leben zu ziehen. Tags darauf geht der Merkur in den Krebs und aktiviert dann für drei Wochen euer Karrierehaus. Und dann gibt es bis zum 14. Juli eine günstige Phase für das berufliche Fortkommen und gute Gespräche mit Leuten, die euch wohlgesonnen sind. Vom 15. bis 19. Juli kommen intensive Tage, die gegebenenfalls auch große Anstrengungen mit sich bringen. Viele Waagegeborene stemmen ja schon seit längerer Zeit wichtige Familienverpflichtungen, besonders die Geborenen der dritten Dekade. Und da könnte in dieser Zeit etwas auf euch zukommen, um das ihr euch direkt kümmern müsst. Und gleichzeitig seid ihr wahrscheinlich auch beruflich sehr gefordert. Es sieht jedoch so aus, als könntet ihr mit Hilfe und Unterstützung seitens eurer Freunde und eures Teams rechnen. Und auch im Job hat man Verständnis, falls ihr euch jetzt familiär einsetzt. Wenn ihr während dieser Zeit im Urlaub seid, solltet ihr erreichbar sein und wenn die Familie anruft, dran gehen. Und wenn ihr beruflich angerufen werdet, müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr dran geht und wie wichtig euch das ist. Am 18. Juli passiert etwas für euch sehr Interessantes. Dann geht nämlich die Lilith in die Zwillinge und bildet dann für die kommenden neun Monate stark inspirierende Aspekte zur Waagesonne. Vor allem, wenn ihr künstlerisch tätig seid oder auch wenn ihr mit politischen und weltanschaulichen Themen beschäftigt seid, dann kann das euer Leben außerordentlich bereichern. Ebenso, wenn ihr spirituell auf der Suche seid oder außergewöhnliche Erlebnisse auf Reisen sucht, dann erhaltet ihr innerlich oder auch durch die Menschen, die ihr trefft, ganz außergewöhnliche und bewegende Impulse. Auch die Begegnung mit spirituellen Seelenpartnern ist dann möglich. Und wenn ihr schon lange den Wunsch hegt, einmal für längere Zeit ins Ausland zu gehen, kann euch Lilith in den nächsten neun Monaten den entscheidenden Anstoß geben, dieses Abenteuer nun zu wagen. Denn dazu muss man ja auch Leute hinter sich zurücklassen. Lilith hilft dann dabei, mehr Unabhängigkeit und Mut zu entwickeln. Am 22. Juli verändert sich die kosmische Energie für euch spürbar, denn die Venus geht dann in die Jungfrau und kühlt sozusagen ein wenig ab. Es kann sein, dass sich dann auch euer Enthusiasmus ein bisschen abkühlt und ihr verschiedene Dinge nüchterner seht. Und wenn ihr euch in den Tagen und Wochen zuvor sehr angestrengt habt, habt ihr vielleicht nun das Bedürfnis, euch ein wenig zurückzuziehen. Auch in der Liebe kann es in den folgenden drei Wochen etwas ruhiger werden und ihr erlebt Partnerschaftsfragen mehr auf einer innerlichen Ebene. Wenn ihr spirituell arbeitet, folgen nun drei schöne Wochen mit viel Inspiration und liebevollen Impulsen aus der geistigen Welt. Keine Sorge, falls durch die Abkühlung der Venus eure Begeisterung vorübergehend nachlässt. Am 22. Juli nachmittags geht auch die Sonne in den Löwen und das macht euch dann wieder optimistisch. Die Sonne belebt dann für vier Wochen den Teambereich eures Roskops, eure Freundschaften und eure sozialen Aktivitäten. Auf diese Achse fällt auch der Vollmond am 24. Juli. Gut möglich, dass einige eurer Freunde oder auch Teammitglieder an diesem Vollmondwochenende mit emotionalen oder gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben und Rat und Hilfe bei euch suchen. Und wenn ihr gerade an einem Herzensprojekt dran seid, möchtet ihr vielleicht dieses Wochenende in eure Arbeit investieren. Falls ihr Urlaub macht, organisiert ihr nun vielleicht eine Freizeitunternehmung für eure Freunde. Allerdings müsst ihr damit rechnen, dass manche Leute etwas undankbar sind, einfach weil sie gerade Probleme mit sich selbst haben. Falls in der Woche drauf Spannungen auftreten, haltet durch, denn am 28. Juli gibt es zwei erfreuliche Entwicklungen. Dann läuft nämlich der Jupiter wieder zurück in den Wassermann, wo er bis zum Jahresende hervorragende Aspekte zur vage Sonne bildet. Davon werden eure Herzensprojekte und eure Lebensfreude profitieren. Gleichzeitig geht der Merkur in den Löwen und unterstützt gemeinsam mit der Sonne für die nächsten drei Wochen eure Teamaktivitäten und Freundschaften. Der Mars verabschiedet sich am 29. Juli spätabends aus dem Löwen und geht dann auch in die Jungfrau in euer kosmisches zwölftes Haus, wo sich schon die Venus befindet. Das kann in den kommenden sechs Wochen mit einem Nachlassen der Kräfte einhergehen, wobei aber Sonne und Jupiter für Ausgleich sorgen. Trotzdem wäre es vielleicht ein Tipp, eure Kräfte etwas sorgfältiger einzuteilen. Und falls ihr noch nicht in Urlaub wart, solltet ihr im August mal eine Auszeit einplanen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpionaszendenten. Mars und Venus im Löwen können jetzt einigen Wirbel in euer Leben bringen. Das kann sehr lustvoll sein, aber auch herausfordernd. Wir schauen uns das jetzt näher an und wenn ihr wollt, könnt ihr später alles, was in diesem Video besprochen wird, mit sämtlichen Zeitangaben und Daten später noch mal in Ruhe nachlesen. Denn es gibt jetzt auf meiner Homepage alle Monatshoroskope gegen eine kleine Gebühr als PDF zum Download. Ich verlinke euch das auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Ihr startet mit einigen Spannungsaspekten in den Juli. Venus und Mars stehen im Löwen, im Karrierehaus, demgegenüber Saturn, der euch mit Angelegenheiten des Privatlebens beschäftigt. Und dann haben wir noch Uranus im Partnerhaus und eben alle in Spannung. Das bedeutet, dass ihr vermutlich mehrere Baustellen gleichzeitig habt, die eure Aufmerksamkeit erfordern. So kann zum Beispiel der Partner seinen eigenen Kopf haben und nicht mit euch an einem Strang ziehen wollen. Oder ihr habt bei euch zu Hause ein Projekt angefangen, das jetzt ins Stocken kommt, beispielsweise eine Renovierung. Auch beruflich könntet ihr jetzt sehr gefordert sein oder auch durch euren eigenen Ehrgeiz in eine Situation geraten, die sehr viel Einsatz erfordert. Wenn ihr jetzt Urlaub macht oder machen wollt, müsst ihr gegebenenfalls auch damit rechnen, dass man euch fragt, ob ihr nicht doch lieber ins Büro kommen wollt, um auszuhelfen. Möglicherweise stehen auch wichtige Entscheidungen an, die euch nicht recht zur Ruhe kommen lassen. Und für die Singles unter euch kann ein neuer Flirt für Aufregung sorgen und die gewohnten Abläufe durcheinander bringen. Ihr seht, für euch ist ordentlich was los im Kosmos. Günstig für euch steht diesen Monat noch Jupiter, vor allem für die Oktoberskorpione. Das bedeutet, dass sich auch schwierige Situationen doch noch zum Guten wenden lassen und dass euch intuitiv gute Lösungen einfallen. Langfristig stehen außerdem Neptun und Pluto günstig. Auch dadurch gelingt es euch, die Herausforderungen mit psychologischem Verständnis und Intuition zu meistern. Aber das ist natürlich alles sehr anstrengend. Ich muss auch noch eine gesundheitliche Warnung loswerden. Wir haben vom 27. Juni bis zum 7. Juli eine Spannung zwischen Mars und Uranus und die wiederum prallt genau auf die Skorpionsonne. Das zeigt eine erhöhte Gefahr für Unfälle und Verletzungen an, beispielsweise im Haushalt oder an einem Urlaubsort mit ungewohnten Gegebenheiten. Und das passiert meistens, wenn man sich hektisch machen lässt und dadurch unachtsam wird. Normalerweise seid ihr ja gut darin, auf euch aufzupassen, aber in diesen Tagen solltet ihr doppelt achtsam sein. Außerdem macht euch Mars-Entspannung zu eurer Sonne einfach generell gereizt, sodass ihr schneller ungeduldig werdet und dadurch auch mehr Hektik aufkommt. Ich empfehle euch deshalb die 90-Sekunden-Regel, um mit der Mars-Spannung gut umzugehen. Und die gibt es jetzt auch als Einzel-PDF zum Download. Die gute Nachricht ist, dass diese ganzen Spannungen mit dem Neumond am 10. Juli wieder nachlassen. Der Neumond fällt in den Krebs und steht günstig für euch. Wahrscheinlich aktiviert er ganz stark euer Fernweh und falls ihr noch keine Urlaubspläne habt oder beruflich sehr eingespannt seid, werdet ihr nun mehr und mehr darüber nachdenken, ob ihr dich doch noch irgendwie die Kurve kriegen könnt. Wenn ihr schon im Urlaub seid, ist das natürlich wunderbar, einen solchen Neumond irgendwo am Strand oder in einer schönen Urlaubsumgebung erleben zu können. Und für die Neumond-Meditation empfiehlt sich, dass ihr über eure Pläne der nächsten vier Wochen oder auch der nächsten zwölf Monate nachdenkt. Oder auch über die Liebe, Romantik und eure erotischen Wünsche. Nicht zuletzt ist die Zeitqualität auch gut, falls ihr ein kreatives Projekt habt, in das ihr Energie lenken wollt. Am 11. Juli spätabends geht der Merkur in den Krebs und gesellt sich dazu. Er versorgt euch dann für drei Wochen mit guten Einfällen und außerdem ist er auch gut für alle Urlaubspläne und eventuelle Reisen. Vom 15. bis zum 19. Juli haben wir eine sehr intensive Atmosphäre hier mit Sonne und Pluto und für euch steht das günstig, aber andere Menschen könnten damit ihre Probleme haben und bitten euch dann vielleicht um Hilfe. Und das kann besonders auf Reisen passieren oder auch, wenn ihr als Lehrende oder Lernende beschäftigt seid. Falls ihr mit Worten und Sprache arbeitet oder als Blogger oder mit Videos auf YouTube oder in den Social Media aktiv seid, könnt ihr in der Zeit mit euren Veröffentlichungen einiges bewegen. Am 18. Juli geht die Lilith in die Zwillinge und damit aus der direkten Konfrontation mit der Skorpionsonne heraus. Wenn in den letzten neun Monaten gelegentlich eure Treue auf die Probe gestellt wurde oder ihr mit widerspenstigen Partnern oder Partnerinnen zu tun hattet, wird sich die Aufregung jetzt etwas legen. Lilith geht dann in den kommenden neun Monaten durch euer kosmisches 8. Haus. Das kann dann eine neue Dynamik in eure bestehenden Beziehungen bringen und auch, wenn es um Besitz geht, den ihr mit anderen teilt. Lilith kann euch zum Beispiel mit euren Verlustängsten konfrontieren, etwa wenn Partner oder Partnerin mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit fordern oder wenn Finanzpartner überlegen, aus einer gemeinsamen Sache auszusteigen. Aber wenn ihr eine glückliche Liebesbeziehung habt, könnt ihr nun gemeinsam Tabus überwinden und neue Dimensionen der Erotik erschließen. Das stärkt eure Verbindung und inspiriert euch auch kreativ. Mehr zu dem Lilith Transit findet ihr in meinem Dossier über Lilith in den Zwillingen als PDF. Am 22. Juli geht die Venus ins Zeichen Jungfrau und das ist eine erfreuliche Energie für eure Freundschaften und auch, falls ihr in einem Team arbeitet. In den kommenden drei Wochen werdet ihr euch da gegenseitig unterstützen und gut vorankommen. Und der 22. ist auch der Tag, an dem nachmittags die Sonne ins Zeichen Löwe geht. Sie wird dann für vier Wochen euren kosmischen Karrierebereich aktivieren und dann solltet ihr euch nicht wundern, wenn ihr trotz Urlaubszeit häufig an berufliche Entscheidungen denkt oder vielleicht sogar gefragt werdet, ob ihr eine Verantwortung übernehmen wollt. Dem gegenüber stehen gewisse Verpflichtungen, die ihr in der Familie übernommen habt. Und genau in dieses Spannungsfeld lenkt der Vollmond im Wassermann am 24. Juli seine Energie. Das ist ja ein Wochenende und wenn ihr da eine private Aktivität absagt, weil etwas Berufliches wichtig ist, müsst ihr euch über eine emotionale und starke Reaktion nicht wundern. Und diese Anspannung kann sich fortsetzen bis in die erste Augustwoche. Am 28. Juli geht der Merkur in den Löwen und aktiviert dann für die kommenden drei Wochen zusätzlich euren Karrierebereich. Am gleichen Tag wandert der Jupiter zurück in den Wassermann und bleibt dort bis zum Jahresende. Damit lenkt er positive und unterstützende Energien in euren privaten Bereich. Die Familie oder auch die Menschen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, können sich dann als Quelle von Kraft und Optimismus erweisen. Und auch die Verantwortung, die ihr da zu stemmen habt, bekommt einen Sinn und verspricht Erfüllung. Am 29. abends zieht der Mars weiter in die Jungfrau und damit aus der Spannung zur Skorpionsonne heraus. Er unterstützt dann euren Scharfsinn und bringt Schwung in Aktivitäten mit einem Team oder auch im Freundeskreis. Das kommt dann ganz darauf an, ob ihr jetzt Urlaub habt oder eben bei der Arbeit seid. Auf jeden Fall geht es dann im August gut voran. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Wie habt ihr die Sonnenfinsternis erlebt? Habt ihr wichtige neue Leute kennengelernt? Gab es vielleicht Startschwierigkeiten mit neuen Projekten? Wie es da weitergeht, das schauen wir uns jetzt an. Und wenn ihr wollt, könnt ihr später alles, was in diesem Video besprochen wird, mit sämtlichen Zeitangaben und Daten in Ruhe nochmal nachlesen. Denn es gibt jetzt auf meiner Homepage alle Monatshoroskope gegen eine kleine Gebühr als PDF zum Download. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Der Juli beginnt für euch mit erfreulichen Aspekten und nachdem nun die Finsternisse ausgestanden sind und der Merkur wieder im Vorwärtsgang läuft, haben bestimmt schon einige Projekte für euch wieder an Fahrt aufgenommen. Oder noch besser, ihr könnt nun endlich eine Reise antreten oder seid vielleicht sogar schon im Urlaub. Venus und Mars im Löwen wecken euer Fernweh und ihr habt unheimlich Lust, wieder auf Reisen zu gehen und zwar mit euren Liebsten oder auch um neue Leute kennenzulernen. Die Singles unter euch können mit diesen Sternen wunderbare Urlaubsflirts erleben und die müssen nicht automatisch mit dem Urlaub zu Ende gehen. Zu Beginn des Monats gibt es noch einige Aspekte, die euch vielleicht bremsen könnten. Vielleicht habt ihr, bevor ihr endlich aufbrechen könnt, vor Ort noch einiges zu tun. Möglich auch, dass unerwartete Entwicklungen an eurem Arbeitsplatz zunächst noch eure Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Und falls ihr schon unterwegs seid, kann auch ein Ruf aus der Heimat kommen, weil ihr plötzlich gebraucht werdet. Solche Art Aufregungen und Störungen können sich in den ersten zehn Tagen des Monats ergeben. Danach sieht es nach vielen ungetrübten Sommermomenten und Urlaubsfeeling aus. Vom 27. Juni bis zum 7. Juli solltet ihr auf euch Acht geben. Da gibt es stressige Aspekte, die in euren Gesundheitsbereich verweisen. Nicht, dass ihr euch auf Reisen eine Infektion einfangt. Möglich auch, dass Menschen, mit denen ihr unterwegs seid, sich verletzen und ihr müsst dann helfen. Am 10. Juli ist der Neumond im Krebs. Das ist eine schöne Konstellation für die fest liierten Schützen und die Familie. Ihr solltet diesen Neumond nutzen, um für Zärtlichkeit und Zusammenhalt in eurer Beziehung zu sorgen und vielleicht darüber nachzudenken, was ihr euch gegenseitig Gutes tun könnt. Ihr könnt auch gemeinsam etwas Neues beginnen, was euch Freude macht und auch, um euch erotisch noch näher zu kommen. Bis zum 15. habt ihr dann eine sehr innige Zeit mit euren Lieben. Falls ihr Familie und Kinder habt, werdet ihr dann einen schönen Zusammenhalt erleben und solltet ihr in Urlaub sein, werdet ihr angenehme Tage verbringen, vor allem, wenn ihr euch an einem Gewässer befindet. Wenn ihr alleinstehend seid, könnte das eine gute Zeit sein, um sich bei den Eltern zu melden oder mit Geschwistern etwas zu unternehmen. Und für euch allein würde sich eine Neumond-Meditation darüber anbieten, was ihr braucht, um euch verbindlich auf eine Beziehung einlassen zu können. Oder, wenn es passt, ist es auch ein guter Neumond, um über eure Finanzen und die Absicherung eurer Zukunft nachzudenken. Vom 15. bis zum 19. ist dann eine sehr intensive Phase, in der möglicherweise Finanz- und Wertefragen im Raum stehen. Dann solltet ihr euch nicht ums Geld streiten, zum Beispiel, weil ihr für die schönen Tage im Urlaub zu viel ausgegeben habt. Die guten Erlebnisse, die ihr zusammen hattet, waren es bestimmt wert und falls ihr jetzt ein Loch in der Kasse ist, müsst ihr das eben später wieder reinholen. Für die Singles gilt weiterhin noch bis zum Jahresende, dass der Mondknoten im Partnerhaus vielversprechende Begegnungen anzeigt. Und da kommt nun auch noch die Lilith dazu. Die geht am 18. Juli in die Zwillinge und anschließend für neun Monate durch euer Partnerhaus. Sie zeigt, dass interessante, provokante, kreative und aufregende Menschen euren Weg kreuzen. Und die bringen euch in Kontakt mit tiefen, authentischen Gefühlen und Instinkten. Vielleicht spürt ihr dadurch auch Beziehungsängste, die ihr verdrängt hattet, um gut dazustehen oder weil sie nicht in euer Weltbild passen. Das kann schmerzlich sein, kann jedoch auch sehr befreiend wirken und ein richtiges Abenteuer sein. Gut möglich, dass ihr in den kommenden Monaten eine ganz heiße neue Affäre anfangt. Schwierig wäre das nur dann, wenn ihr bereits gebunden seid. Denn unter dem Einfluss von Lilith neigt man dazu, sein kleines Beziehungsparadies aufzugeben, um dem Ruf eines Liebesabenteuers zu folgen. Aber der Ausgang ist dann oft ungewiss und viele von euch stehen ja auch noch unter dem Einfluss von Neptun, der klare und gute Entscheidungen erschwert. Im Zweifelsfalle kann es also sehr nützlich sein, wenn ihr die 90-Tage-Regel anwendet, also drei Monate abwarten, bevor ihr euch tiefer einlasst. Vor allem, wenn eine bestehende Beziehung auf dem Spiel steht. Besonders betörend sind eure Liebeskonstellationen im September, wenn sich Lilith und Mondknoten treffen. Da gehe ich dann natürlich noch mal drauf ein. Zurück zum Juli. Die nächsten wichtigen Übergänge erfolgen am 22. Da geht die Venus in die Jungfrau und das kann auf Reisen und beim Flirten ein Gefühl der Abkühlung und Ernüchterung mit sich bringen. Gleichzeitig geht aber auch die Sonne in den Löwen und lässt eure Abenteuer und Reiselust für die nächsten vier Wochen wieder aufflammen. Es kann sein, dass dann das Flirten nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern mehr die Sinnsuche und das Abenteuer. Der Vollmond am 24. Juli im Wassermann aktiviert eure Wissensachse und gibt euch zu denken. An dem Wochenende solltet ihr eure Eingebungen notieren. Da sind bestimmt wertvolle Ideen dabei, besonders wenn ihr mit Wort und Sprache oder in einem Lehrberuf arbeitet. Ist auch ein tolles Wochenende für ein spirituelles Seminar. Falls ihr dann schon wieder zu Hause seid und arbeitet, kann es in den Tagen nach dem Vollmondwochenende zu einer prekären Situation mit Frauen kommen. Bei Schützemännern würde ich jetzt ein Eifersuchtsdrama vermuten, weil sie fremd geflirtet haben. Es kann sich aber auch um schwierige Jobgespräche mit weiblichen Figuren handeln. Oder eure Partnerin gerät in eine solche Situation und ihr, ritterlich und hilfsbereit wie ihr seid, wollt ihr zur Seite stehen. Am 29. Juli abends geht dann der Mars in die Jungfrau und dann mischen sich womöglich auch männliche Figuren in diese Situationen ein. Insgesamt wird diese Spannung aber spätestens ab dem 4. August spürbar wieder nachlassen. Vorher haben wir aber noch zwei erfreuliche Entwicklungen für euch. Am 28. läuft der Jupiter zurück in den Wassermann und steht dann bis zum Jahresende günstig und inspirierend für euch. Vor allem, wenn ihr schriftstellerisch oder mit Social Media arbeitet oder in Forschung und Lehre tätig seid. Kurzfristig ändert sich auch Merkurs Energie. Der geht dann in den Löwen und inspiriert euch zusätzlich in den kommenden drei Wochen. Also egal, ob ihr im Urlaub seid oder am Arbeiten, euch gehen die Ideen garantiert nicht aus. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Partnerschaftsthemen sind im Juli für euch besonders wichtig. Sowohl neue Begegnungen als auch bestehende Beziehungen. Das wollen wir uns jetzt näher anschauen und wenn ihr wollt, könnt ihr später alles, was jetzt hier in diesem Video besprochen wird, mit sämtlichen Zeitangaben und Daten in Ruhe nochmal nachlesen. Denn es gibt jetzt auf meiner Homepage alle Monatshoroskope gegen eine kleine Gebühr als PDF zum Download. Ich verlinke euch das auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Die Sonne steht aktuell im Krebs und aktiviert in den kommenden Wochen euer Partnerhaus. Das ist schön, um wieder mehr ins Leben einzutauchen und Leute zu treffen. Wenn ihr Single seid und flirten wollt, ist eure Fantasie angeregt und es fällt auf, dass ihr gut zuhören und euch auf euer Gegenüber einstellen könnt. Besonders angeregt ist die erste Juliwoche. Da begeistert ihr durch witzige Einfälle und es kann sein, dass ihr mit einem neuen Flirt relativ schnell aufs Ganze geht. Und eine tolle Phase ist auch die Woche nach dem Neumond am 10. Juli, um ins Gespräch zu kommen und mögliche Flirtpartner zu bezaubern. Natürlich können diese Aspekte auch euren erotischen Schwung beleben, wenn ihr schon liiert seid. Trotzdem können feste Beziehungen in den ersten zehn Tagen des Monats auch ein wenig auf dem Prüfstand stehen, vor allem wenn es ums Geld geht, beispielsweise die Urlaubskasse oder auch längerfristige Finanzerwägungen. Ausgerechnet ihr vernünftigen Steinböcke neigt in der Zeit dazu, für Hobby und Vergnügen überproportional viel Geld auszugeben. Das könnte den Partner vor den Kopf stoßen. Am besten ist immer, ihr sprecht euch ab, wer sich was wünscht. Wenn einer alleine zum Shoppen loszieht und die gemeinsame Kreditkarte plündert, kann der Haussegen schiefhängen. Möglich ist auch, dass jemand in der Familie Hilfe braucht und das kollidiert dann mit euren persönlichen Plänen und ihr müsst eventuell Abstriche machen. Aber man kann ja über alles reden und der Merkur ist jetzt auch wieder im Vorwärtsgang, dann gibt es nicht so viele Missverständnisse. Am 10. Juli ist Neumond. Danach lassen die Anspannungen ums Geld spürbar nach. Der Neumond im Krebs ist immer gut für die Steinbock Geborenen, um über Partnerschaftsthemen zu meditieren, die gerade anliegen. Dabei kann es um einen spannenden neuen Flirt gehen oder wenn ihr noch Single seid, darum, wie ihr euch einen Wunschpartner vorstellt. Und wenn ihr fest liiert seid, könnt ihr vielleicht den Neumond zum Anlass nehmen, gemeinsam etwas Neues zu beginnen. Und das kann auch der Urlaub sein, der jetzt nach langer Zeit mal wieder möglich ist. Im Anschluss an den Neumond geht am 11. der Merkur auch in den Krebs und auch ins Partnerhaus. Und dann haben wir, wie gesagt, eine schöne Phase für zärtlichen Austausch und gute Gespräche. Ihr punktet dann vor allem, wenn ihr gut zuhört und euch in euer Gegenüber einfühlt. Sicher werdet ihr öfter nach eurer Meinung und eurem Rat gefragt. Der Trick ist dann, nicht zu streng auf die Einhaltung eurer Ratschläge zu achten, sondern es einfach als Anlass zum Austausch zu sehen oder vielleicht auch als Beginn eines Flirts. Vom 15. bis 19. Juli haben wir sehr intensive Tage. Da gibt es nämlich eine Spannung zwischen Sonne und Pluto bei euch auf der Beziehungsachse. Das spüren vor allem die Geburtstagskinder der dritten Dekade. Intensiv heißt nicht, dass es zu Konflikten kommen muss, aber es bedeutet, dass ihr in dieser Zeit euer Gegenüber nicht ignorieren solltet, um euren eigenen Interessen nachzugehen. Manchen Steinböcken ist es nämlich lästig, wenn der Partner beispielsweise über Gefühle reden will oder einfach schmuse und zuwendungsbedürftig ist, wenn sie gerade was anderes im Kopf haben. Aber in diesen Tagen gilt, wenn euer Schatz was von euch will, ist es wahrscheinlich sehr wichtig und wenn ihr euch liebevoll darum kümmert, kann das eure Verbindung festigen und vertiefen. Umgekehrt dürft ihr in dieser Zeit einen lieben Menschen auch nicht unter Druck setzen. Das könnte die Person verschrecken. Wenn ihr ganz und gar grantig seid, dann bittet lieber um eine Auszeit und zieht euch zurück. Aber ich glaube das nicht, denn Jupiter und Neptun in den Fischen verleihen euch genug Einfühlungsvermögen, um die Situation richtig einzuschätzen und das Richtige zu sagen. Beruflich sieht es etwas ruhiger aus, wenn man mal vom eingebauten Dauerehrgeiz der Steinböcke absieht. Aber den Sternen nach solltet ihr im Juli möglichst mal von der Arbeit abschalten und öfter eurem Vergnügen nachgehen, euren eigenen Gedanken nachhängen, Urlaub machen oder euch um euren Schatz bzw. um liebe Menschen kümmern oder mehreres davon. Für euren Arbeitsplatz gibt es ab dem 18. Juli eine neue Energie. Dann geht nämlich die Lilith in die Zwillinge und das ist beim Steinbock Kollektiv der Bereich der Arbeits- und Gesundheitsroutine. In den kommenden neun Monaten kann es in eurem Arbeitsumfeld zu Spannungen kommen. Entweder ihr selbst oder eure KollegInnen wollen dann eigene Wege gehen und die Abläufe nach eigenem Ermessen gestalten. Es kann Schwierigkeiten mit Frauen am Arbeitsplatz geben, vielleicht schlichtweg deswegen, weil eine Kollegin schwanger wird und die Aufgaben neu verteilt werden müssen. Das kann aber dazu führen, dass alle im Team gemeinsam neue Wege gehen und interessante Lösungen finden. Vielleicht kommen nun auch neue Menschen ins Team, die zwar eigenwillig, aber doch inspirierend sind. Und die Frauen unter euch sollten in diesen neun Monaten auch besonders sorgfältig alle Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen und genau auf die Signale des Körpers achten. Und mehr zu diesem wichtigen Transit gibt es in meinem Lilith-Dossier als PDF. Am 22. Juli geht die Venus in die Jungfrau und bildet dann für die kommenden drei Wochen sehr schöne Aspekte zur Steinbock-Sonne. Im Allgemeinen kommt der Steinbock mit dieser etwas sanfteren und auch kühleren Venus-Energie wunderbar klar. Falls ihr Freundinnen aus dem Zeichen Jungfrau habt, ist das auch eine gute Zeit, um sie mal wieder zu treffen. Und für Singles ist es ein Hinweis, dass ihr der Liebe auf einer Reise oder Fortbildung mit echten Menschen begegnen könnt. Ebenfalls am 22. Juli geht die Sonne nachmittags in den Löwen. Das bringt für die kommenden vier Wochen erneut Energie in den Bereich eurer festen Partnerschaften und regt Fragen rund um eure finanziellen Werte und Zukunft an. Auch der Vollmond im Wassermann am 24. Juli beleuchtet diese Themen. Wenn ihr in der Partnerschaft an einem Strang zieht, ist das kein Problem. Aber heikle Finanzdiskussionen solltet ihr in den Tagen rund um diesen Vollmond vermeiden. Am besten sogar bis Anfang August, denn dann reagiert man erfahrungsgemäß besonders emotional. Vielleicht wäre es eine Idee, eurem Schatz einfach mal was Schönes zu kaufen oder gemeinsam was Teures und Luxuriöses zu unternehmen, einfach um den Wert eurer Beziehung zu würdigen. Wenn ihr alleinstehend seid und Vollmondmagie mögt, könnt ihr zum Beispiel ein Ritual vollziehen, um Reichtum und Fülle in euer Leben zu ziehen. Das geht natürlich auch gemeinsam mit Partner oder Partnerin. Und es macht auch deshalb Sinn, weil nämlich am 28. Juli der Jupiter wieder zurück in den Wassermann läuft und dann bis zum Jahresende mehr Fülle in euren Finanzbereich bringt. Am 29. Juli abends zieht der Mars weiter in die Jungfrau und steht dann zusammen mit Venus günstig zur Steinbocksonne. Das sind dann für sechs Wochen sehr produktive Aspekte für euch. Es kann aber auch sein, dass ihr dann erst richtig Lust bekommen, zu verreisen. Bis Mitte August wäre zum Beispiel eine sehr günstige Phase, um im Urlaub gleichzeitig auch etwas für eure Gesundheit zu tun. Hallo, ihr fabelhaften Wassermanngeborenen und Wassermann-Ascendenten. Begegnungen, Flirts und Geselligkeit sind in eurem Horoskop stark angeregt. Aber in der ersten Monatshälfte gibt es auch einige kosmische Spannungen zu beachten. Das schauen wir uns jetzt an und wenn ihr wollt, könnt ihr später alles, was jetzt hier in diesem Video besprochen wird, mit sämtlichen Zeitangaben und Daten in Ruhe nochmal nachlesen. Denn es gibt jetzt auf meiner Homepage alle Monatshoroskope gegen eine kleine Gebühr als PDF zum Download. Ich verlinke euch das auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Im Juli erwartet euch viel Leidenschaft, denn die beiden Liebesplaneten Venus und Mars stehen im Löwen ziemlich heiß. Und das ist in eurem kosmischen Partnerhaus. Doch gleichzeitig haben wir auch schwierige Aspekte mit Saturn. Der steht in eurem eigenen Zeichen und bringt Prüfungssituationen. Und mit Uranus. Der steht in Spannung zu euch und bringt abrupte Planänderungen. Ihr bewegt euch dann in einem Spannungsfeld zwischen Flirt, Liebeslust, Ehrgeiz und Familienverpflichtungen. Und eventuell gibt es auch noch Behördengänge und ähnliches zu regeln. Beachten müsst ihr vor allem den Spannungsaspekt zwischen Mars und Uranus vom 27. Juni bis zum 7. Juli, denn der zeigt eine erhöhte Verletzungsgefahr an. Und zwar vor allem, wenn ihr unter Druck steht oder hektisch seid. In eurem Fall kann es gut sein, dass andere Menschen solchen Stress in euer Leben tragen. Dann müsst ihr gegebenenfalls schnell reagieren. Auch seitens der Familie oder an eurem Wohnort kann es zu plötzlichen Änderungen kommen. Wahrscheinlich könnt ihr nicht immer so, wie ihr wollt und die Aspekte machen euch dann auch noch tendenziell gereizt. Das sind auch heikle Tage, falls eure bestehende Beziehung angeknackst ist. Da kann es aus einem Streit heraus zum Bruch kommen, wenn ihr nicht aufpasst und achtsam seid. Selbst wenn ihr euch wirklich trennen wollt, ist es doch besser, das in Ruhe und mit Wertschätzung zu vollziehen und nicht in einer Stimmung von Ärger und Gereiztheit. Auf jeden Fall solltet ihr, um diese erste Monatshälfte gut zu überstehen, die 90-Sekunden-Regel als mentale Übung anwenden. Die kann in angespannten Situationen sehr helfen. Grob gesagt heißt das, 90 Sekunden abwarten und tief durchatmen, bevor man sich von Gefühlen von Wut und Ärger mitreißen lässt und dann gegebenenfalls die Sache mit mehr Ruhe und Klarheit ansprechen. Die genaue Beschreibung dieser Übung gibt es jetzt auch als PDF zum Nachlesen. Im Zweifelsfalle lohnt es sich garantiert, mit größeren Entscheidungen abzuwarten, denn die kosmische Anspannung wird sich nach dem Neumond am 10. Juli wieder lösen. Der Neumond ist im Krebs und fällt bei euch in den Bereich der Arbeit und Gesundheitsroutinen. Wenn ihr dann Urlaub habt, würde es sich anbieten, dass ihr in der freien Zeit auch was für eure Gesundheit und Wellness tut. Ansonsten kann dieser Neumond auch günstig sein, um über Verbesserungen und neue Projekte am Arbeitsplatz nachzudenken. Auch wenn im beruflichen Zusammenhang ein finanzielles Projekt ansteht, wäre dieser Neumond günstig, um damit zu beginnen. Am 11. Juli abends geht der Merkur in den Krebs und in den Tagen bis zum 16. Juli könnt ihr erfolgreiche Finanzverhandlungen führen. Wenn ihr therapeutisch tätig seid und noch keinen Urlaub habt, werdet ihr auch den ganzen Monat über seriös und erfolgreich in eurer Arbeit sein und trotz Sommerzeit viel zu tun haben. Für die Singles unter euch beginnen mit dem Neumond unbeschwerte Sommertage mit vielen Flirtchancen oder überhaupt der Chance, wieder echte Leute zu treffen und Spaß zu haben. Auch diejenigen von euch, die gerade von dem anstrengenden Saturn-Transit gefordert werden, haben dann die Gelegenheit, mal abzuschalten und sich zu amüsieren. Den Einfluss von Saturn im Wassermann merkt ihr daran, dass ihr extrem viel zu tun habt, streng zu euch selbst seid und dauernd denkt, ihr könntet es euch nicht leisten, Urlaub zu machen oder euch etwas Gutes zu tun. Das ist aber falsch. Trotz aller Saturnarbeit muss man gelegentlich sich auch mal eine Auszeit nehmen. Das ist sogar im Sinne Saturns, weil das macht euch letztendlich dann wieder leistungsfähiger. Und da wäre dann jetzt die zweite Juli-Hälfte eine gute Gelegenheit. Am 18. Juli kommt eine wichtige neue kosmische Energie auf. Dann wechselt die Lilith in die Zwillinge und geht dann für neun Monate in einen angenehmen Aspekt zur Wassermann-Sonne. In den vergangenen neun Monaten gab es wahrscheinlich öfter mal Reibereien in der Familie oder auch mit den Leuten, mit denen ihr unter einem Dach wohnt. Besonders mit weiblichen Figuren. Da musste geklärt werden, wer wie viel Freiraum bekommt oder vielleicht ist auch eine Tochter in die Pubertät gekommen oder ausgezogen. Oder ihr hattet als alleinerziehender Elternteil zu kämpfen. Da kann sich nun ein Wandel vollziehen. Es kommt wieder mehr Spaß und Lebensfreude auf und es gelingt, Gefühle und Situationen, die durch Lilith ausgelöst worden waren, zu integrieren. Dadurch fühlt ihr euch dann sogar erfüllt und bereichert. Wenn ihr künstlerisch arbeitet, kann euch dieser Transit einen richtigen Kreativschub bringen. Oder ihr beginnt eine heiße neue Liebesaffäre. Lilith wird euch anregen, eure Instinkte und Gefühle mehr zuzulassen und stärker als Quelle der Inspiration wahrzunehmen. Am 22. Juli nachmittags geht die Sonne in den Löwen und aktiviert dann für weitere vier Wochen den Partnerschafts- und Begegnungsbereich eures Horoskops. Das heißt, es bleibt anregend für die Singles unter euch, jemanden kennenzulernen oder überhaupt unter Leute zu gehen. Zeitgleich wandert die Venus weiter in die Jungfrau. Das ist für die nächsten drei Wochen grundsätzlich eine gute Energie für den Zusammenhalt in euren bestehenden festen Beziehungen. Allerdings haben wir in den Tagen bis zum Vollmond eine Art Göttinnenkonflikt zwischen Venus und Lilith. Da solltet ihr sehr aufpassen, dass ihr eurem festen Schatz keinen Grund zur Eifersucht gebt. Möglich ist auch Ärger, weil ihr euch in der Zeit um ein Hobby oder ein Herzensprojekt kümmern wollt und Partner oder Partnerin fühlen sich dann zurückgesetzt. Das ist aber nur ein paar Tage über den Vollmond am 24. Juli. Der fällt in den Wassermann und damit auf eure Beziehungsachse und dann seid ihr in Beziehungsangelegenheiten ziemlich spontan. Für Singles ist das sicher super. Die Festliierten sollten in dieser Zeit ihrem Schatz Aufmerksamkeit schenken und zum Beispiel an dem Wochenende etwas gemeinsam unternehmen. Der 28. Juli bringt noch zwei wichtige Übergänge. Kurzfristig ist es der Merkur. Der geht in den Löwen und bringt für drei Wochen weitere Energie in euren Partnerbereich. Da könnt ihr dann wunderbar ins Gespräch kommen und flirten. Und längerfristig ist es wichtig und günstig, dass Jupiter zurück in den Wassermann läuft, wo er dann bis zum Jahresende bleibt. Vielversprechende Projekte, die ihr zu Beginn des Jahres angeschoben hattet, bekommen dann wieder neue Energie und es geht voran, auch finanziell. Zum Schluss wird dann auch noch der Mars das Zeichen wechseln. Der geht am 29. Juli abends in die Jungfrau und damit aus der Konfrontation zur Wassermann-Sonne heraus. Dann fällt es euch wieder leichter, einen kühlen Kopf zu bewahren. Anschließend beginnt eine Phase von sechs Wochen, in der ihr gefordert seid, euch mit Beziehungsangelegenheiten und Fragen gemeinsamer Finanzen auseinanderzusetzen. Wenn ihr das aufmerksam und wertschätzend handhabt, kann das eurer Partnerschaft guttun und eure gemeinsame Entwicklung unterstützen. Und für die Alleinstehenden unter euch sind das gute Impulse, um eure Finanzverträge zu sortieren oder über neue Anlagestrategien nachzudenken. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Trotz Urlaubszeit ist in eurem Horoskop der Bereich der täglichen Arbeit stark angesprochen. Auch Gesundheitsthemen sind jetzt wichtig, aber auch der Spaßfaktor ist hoch. Jetzt schauen wir in eure Sterne und wenn ihr wollt, könnt ihr später alles, was jetzt hier in diesem Video besprochen wird, mit sämtlichen Zeitangaben und Daten in Ruhe nochmal nachlesen, denn es gibt jetzt auf meiner Homepage alle Monatshoroskope gegen eine kleine Gebühr als PDF zum Download. Ich verlinke euch das auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Ihr startet den Monat mit angenehmen Einflüssen, um Spaß zu haben, an Herzensprojekten zu werkeln oder einfach um Urlaub zu machen, vorzugsweise an einem Gewässer. Ihr seid inspiriert und freut euch wahrscheinlich darauf, es im Sommer mal etwas ruhiger angehen zu lassen. Ob das gelingt, ist allerdings fraglich, denn viel Energie geht auch in euren Arbeitsbereich. Wenn ihr selbstständig seid, kann es sein, dass jetzt einige Aufträge hereinkommen und ihr überlegt ernsthaft, ob ihr die Chance ergreifen oder lieber ausspannen wollt. Denn solche Aufträge können sehr lukrativ sein und eine Gelegenheit darstellen, mutig einen entsprechenden Lohn dafür zu verlangen, vielleicht auch mit Urlaubszuschlag. Ich habe ja schon öfter davon gesprochen. Chiron steht ja bei euch im zweiten Haus, im Werte- und Geldbereich und der fordert euch stärker dazu auf, für eure Werte und auch für das, was eure Arbeit wert ist, einzutreten. Und es gibt jetzt anstrengende, aber positive Aspekte bis zum 10. Juli, da könnt ihr gut verhandeln und etwas damit erreichen. Deswegen kann es sich lohnen, nicht direkt abzuwinken und zu denken, ach, ich bin da eh in Urlaub, sondern ein Engagement in Erwägung zu ziehen. Gegebenenfalls könnt ihr ja euer Laptop mit in den Urlaub nehmen und da ein bisschen was machen. Vielleicht werdet ihr auch gebeten, eine Urlaubsvertretung zu übernehmen. Dann müsst ihr euch das allerdings extra bezahlen lassen, wenn ihr dafür Urlaubstage opfert. Eins muss man allerdings sagen, solltet ihr euch darauf einlassen, kann ein solcher Einsatz recht anstrengend werden, zumindest in den ersten zehn Tagen des Monats. Und wenn ihr nicht selbstbestimmt arbeiten könnt, gehen euch womöglich männliche Kollegen mit ihrem Ego auf die Nerven. Wenn ihr die mal eine Weile nicht sehen wollt, dann solltet ihr genau jetzt Urlaub nehmen, denn Ende Juli wird es am Arbeitsplatz wieder friedlicher. Also da gibt es einiges abzuwägen für euch. Diese Spannungen legen sich aber mit dem Neumond im Krebs am 10. Juli. Der steht sehr günstig für euch und ihr könnt die Energie auf vielen Ebenen nutzen. Er fällt nämlich in euer fünftes Haus der Kreativität und Lebensfreude. Wenn ihr an einem Herzensprojekt arbeitet, könnt ihr also um kreative Ideen bitten. Für die Liebe kann der Neumond neue Impulse in der Erotik bringen oder, falls ihr noch Single seid, auch eine prickelnde Liebesaffäre. Dank Romantikplanet Neptun und Glücksplanet Jupiter in eurem Zeichen habt ihr eine starke Ausstrahlung. Es dürfte euch nicht schwerfallen, potenzielle Flirtpartner zu bezirzen bzw. eure erotischen Wünsche vom festen Partner oder Partnerin erfüllt zu bekommen. Besonders schön ist die Woche nach dem Neumond. Da bekommt ihr in all diesen Bereichen viel kosmischen Rückenwind. Am 11. Juli abends geht der Merkur in den Krebs und schenkt euch gute Einfälle und sprachliche Überzeugungskraft. Diese Aspekte könnt ihr bis zum 15. Juli auch hervorragend für Finanzielles verwenden. Sei es, dass es etwas zu verhandeln gibt oder dass ihr euch etwas Besonderes kaufen möchtet. Ihr findet dann ein tolles Produkt zu einem guten Preis, an dem ihr noch länger Freude haben werdet. Vom 15. bis 19. Juli haben wir eine intensive kosmische Energie, die eure Kreativität weiter anheizt. Außerdem gibt es da auch Entwicklungen in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, die ihr eventuell beachten müsst. Da kann sich ein Drama ergeben und dann wird man euch um Hilfe bitten. Das ist wahrscheinlich auch eine dankbare Aufgabe. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr nicht zu tief in Angelegenheiten von anderen hineingezogen werdet. Überlegt euch vorher genau, wie viel Zeit und Liebe ihr da hineingeben wollt und könnt. Aber es besteht die Möglichkeit, dass die Sache euch inspiriert und auch eurer eigenen Entwicklung gut tut. Am 18. Juli geht die Lilith in die Zwillinge und bildet dann Spannungen zur Fischesonne. Das kann euch sonst so friedliebende Wesen während der kommenden neun Monate gelegentlich reizbar und eigensinnig machen. Weniger als sonst seid ihr bereit, immer für andere da zu sein und selbst zurückzustecken. Lilith bringt euch auch in Kontakt mit euren verdrängten Gefühlen und Schattenseiten, die ihr gerne aus Konfliktscheu unter dem Deckel haltet. Das kann entweder durch Begegnungen mit provokanten Menschen geschehen oder aus einem inneren Bedürfnis heraus, mit euch selbst ins Reine zu kommen. Es lohnt sich auf jeden Fall in dieser Zeit, Tagebuch zu führen. Im vierten Sonnenhaus kann Lilith anzeigen, dass es mit Familienmitgliedern oder Menschen, mit denen ihr unter einem Dach lebt, zu Konflikten kommen kann. Dabei geht es häufig darum, wer welche Freiheiten hat oder renitente Töchter bzw. Schwiegertöchter fordern euch heraus. Im Zusammenspiel mit dem Mondknoten kann es auch Aufregung um einen Nachwuchs geben, der vielleicht nicht geplant war und nun muss vieles neu überlegt und geregelt werden. Für euer Zuhause ist es auf jeden Fall eine gute Phase, um euch so einzurichten, wie es euch gut tut, egal was die anderen sagen. Mehr zu diesem wichtigen Transit könnt ihr auch in meinem Lilith-Dossier über Lilith in den Zwillingen nachlesen. Das gibt es als PDF zum Download. Am 22. Juli geht nachmittags die Sonne in den Löwen und aktiviert dann für weitere vier Wochen Jobangelegenheiten und Gesundheitsthemen. Wenn ihr jetzt Urlaub habt, nutzt doch die freie Zeit auch, um etwas für ihre Gesundheit zu tun. Ebenfalls am 22. wechselt auch Liebesgöttin Venus das Zeichen und geht dann für drei Wochen durch die Jungfrau und damit durch euer Partnerhaus. Das ist super schön für Flirt und Geselligkeit und um potenzielle PartnerInnen kennenzulernen. Allerdings gibt es in den Tagen rund um den Vollmond am 24., der ist im Wassermann, da gibt es gleich einen kleinen Göttinnenkonflikt in eurem Horoskop. Vielleicht habt ihr dann Stress mit Frauen in eurer Umgebung. Oder ihr lernt eine neue Frau kennen und die verträgt sich nicht mit denen, die es in eurem Leben schon gibt, ist aber nur ein kurzfristiges Scharmützel. Der Vollmond selbst fällt in den Wassermann und aktiviert eure Spiritualitätsachse. Das ist sehr gut, falls ihr mal wieder in Ruhe meditieren wollt. Und wenn ihr Urlaub habt, solltet ihr euch einen Vollmond-Spaziergang gönnen, am besten an einem Gewässer. Das wäre perfekt. Und achtet darauf, welche Anrufe ihr beantwortet, denn da können auch Anfragen aus eurer Arbeitswelt dabei sein, die euch dann beschäftigen. Ende des Monats gibt es wichtige Übergänge, die euren Berufsalltag betreffen. Am 28. geht der Merkur in den Löwen und es wird schwierig, sich die Zeit von Anfragen oder auch Gedanken, die um eure Arbeit kreisen, freizuhalten. Am selben Tag zieht sich der Jupiter wieder aus den Fischen zurück und wandert dann bis zum Jahresende nochmal ein Stück durch den Wassermann. Falls ihr in der zweiten Jahreshälfte beobachtet, dass vielversprechende Projekte sich verlangsamen oder sich interessante Geschäftspartner zurückziehen, verliert nicht den Glauben und habt Geduld. Jupiter kommt im Dezember wieder und Projekte mit Potenzial und Zukunft werden spätestens dann auch wieder Aufwind erhalten. Am 29. Juli gibt es spätabends noch eine wichtige Energiewende, dann wandert der Mars in die Jungfrau und läuft dann für sechs Wochen durch euer Partnerhaus. Das ist dann eine gute Zeit, um männliche Flirtkandidaten zu finden, wobei das gerne nach dem Motto abläuft, was sich neckt, das liebt sich. Mehr dazu erfahrt ihr dann in dem Video für den August. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Juli und hier ist der Service-Teil mit Neuigkeiten, Terminen und der Verlosung. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht oder ein PDF-Horoskop bestellen wollt, findet ihr das alles auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com Astroberatung und die verlinke ich euch auch auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Kennt ihr eigentlich schon meinen Instagram-Account? Der heißt auch AntoniasSterne. Da poste ich eine tägliche Inspiration zu den aktuellen Konstellationen. Also das ist wie eine Online-Version vom AntoniasSterne-Kalender. Ich würde mich voll freuen, wenn ihr mich da mal besuchen würdet und natürlich freue ich mich auch sehr über ein Abo auf Instagram. Da können wir uns dann auch in den Kommentaren zur täglichen Zeitqualität wunderbar austauschen. Neu sind jetzt auch meine PDFs mit den Monatshoroskopen vom Juli als Skript. Da könnt ihr in Ruhe nochmal alles nachlesen, was hier in diesem langen Video besprochen wurde mit allen Zahlen und Daten. Und zwar sowohl die einzelnen Sternzeichen-Videos und die kosmische Schwingung als auch das gesamte Monatshoroskop als kompletten Text. Und ich habe noch mehr PDFs für euch erstellt, nämlich zur 90-Sekunden-Regel, zu den Inspirationen für das persönliche Ritual und ein Dossier über Lilith in den Zwillingen. Alle PDFs könnt ihr für kleines Geld über meine Homepage bestellen und die Links findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Bei meinen Livestreams gibt es im Juli eine kleine Sommerpause und danach sende ich wieder am 6. August. Dann besprechen wir den Neumond im Löwen und die aktuellen kosmischen Neuigkeiten. In meinen Livestreams gibt es ja immer ein Gewinnspiel und wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr euch über meine Homepage auch anmelden. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und mit einem Kanal-Abo könnt ihr euch benachrichtigen lassen, sobald ich live gehe. Jetzt kommen wir zur Verlosung mit meinem Geschenk im Juli. Aus Anlass des Zeichenwechsels der Lilith verlose ich diesmal ein Exemplar meines Buches Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau und zwar eins der aktuellen fünften Auflage mit dem schönen neuen Format mit persönlicher Widmung. An der Verlosung nehmt ihr teil, indem ihr mir hier einen netten und interessanten Kommentar postet und meinen Kanal, falls noch nicht geschehen, abonniert. Schreibt mir gerne, ob und wie meine Horoskope für euch funktionieren und vergesst nicht dazu zu schreiben, welches Sternzeichen und Aszendent ihr seid. Ich lerne dadurch ganz viel dazu. Mit dem kostenlosen Kanal-Abo unterstützt ihr meine Arbeit und habt noch den Vorteil, dass ihr euch benachrichtigen lassen könnt, wann ich neue Videos hochlade oder live streame. Wer in der Verlosung vom Juli gewonnen hat, das erfahrt ihr dann im Monatsvideo für den August. Und hier geht's zum Kanal-Abo. Empfehlen möchte ich euch mein Video zur Sonnenfinsternis, da erfahrt ihr ganz viel über die langfristigen Entwicklungspotenziale der kommenden zwölf Monate für alle Sternzeichen. Und über die Arbeit mit Ritualen könnt ihr euch im Video zum Göttinnen-Neumond informieren. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.